Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe 303. Mein Name ist René und sonst dabei stand jetzt der Basti, der Marvin und der Dennis. Ja, noch geschockt, leider nichts wirklich mitbekommen, aber Servus, hallo. Genau, der Dennis wird hier den Live, den Kulturschock bekommen und wir lassen uns ein kleines Hintertürchen offen, wie das ja heutzutage Usus ist, ob sich nicht hier vielleicht doch nochmal irgendwas verändert. Ja, aus gegebenem Anlass haben wir uns entschieden, eine kleine Sondersendung heute Abend einzufahren, um uns mal intensiv mit dem Thema Kovac und Trainer und Nicht-Trainer und links und rechts zu beschäftigen. Also ich rechne mit irgendwas zwischen vier und acht Stunden Sondersendung, alles andere wäre quasi ein erstes Aufwärmen. Ich bin froh, dass ich meinen Laptop geladen habe. Die ersten haben schon wieder ausgemacht, haben gesagt, vier Stunden, das tue ich mir nicht an. Ja, oder gerade eben erst eingeschaltet, deswegen. Genau, wir haben folgende Blöcke mal vor heute Abend vorgesehen. Wir versuchen das mal so ein bisschen in der Tat strukturiert anzugehen. Wir werden gleich erstmal gucken, wie so generell der Ablauf war. Dann werden wir uns mit der PK von heute Mittag beschäftigen. Dann mal gucken, was bedeutet das jetzt eigentlich für die Saison. Und dann war der Wunsch, dass wir uns doch mal mit möglichen Kandidaten beschäftigen. Und auch das werden wir in der nötigen Länge dann eben auch tun. Lass uns vielleicht einmal kurz oder ich würde gerne einmal kurz auflisten, was denn so der Verlauf der Geschichte war. Ich habe heute Mittag nochmal versucht, das runterzuschreiben. Also wir hatten den Fakt, dass Gerüchte aufgekommen sind, wer denn möglicher Bayern-Trainer werden könnte. Weil, wie wir ja alle mitbekommen haben, ist Uli nicht in der Lage, innerhalb von drei Monaten irgendwie eine Telefonnummer zu wählen. Da war Kovac schon so mehr oder weniger in der Verlosung. Dann gab es die Spieltags-PK, wo er so ein bisschen ausweichend reagierte und so mit Stand jetzt. Und fragen Sie doch die Bayern, aber auch nicht so mit wirklich klaren Aussagen um die Ecke kam. Ich meine, dass er da immer mal wieder als Kandidat dastand, war ja schon von vornherein klar. Aber da wurde es so ein bisschen intensiver und seine Antworten waren ja eher so ausweichend. Dadurch hat sich natürlich dieses ganze Gerüchtethema noch so ein bisschen befeuert. Was Bobic dann dazu verleitet hat oder dazu geführt hat, eben eine klare Ansage zu machen. Dass er gesagt hat, mit ihm hat bislang keiner gesprochen. Auf diese Thematik werden wir gleich nochmal kommen. Und dann gab es ja das Statement von Kovac vor der Kamera, was wir ja auch hier schon besprochen hatten. Was jetzt auch so rückwirkend betrachtet, auch eher so sehr ungewollt und vielleicht auch so ein bisschen sehr gezwungen. Da war auch eher so, naja, ich habe da jetzt keine Lust drüber zu reden. Aber danach war das Thema jetzt erstmal ruhig. Für gut zwei Wochen, bis gestern Abend dann das Thema ja hochkam, so nach dem Motto, es wäre jetzt alles mehr oder weniger in trockenen Tüchern. Was sich ja heute Morgen nochmal verdichtet hat. Die angesetzte Eintracht-Spieltags-PK wurde von 13 auf 15 Uhr verschoben. Aus dem Grund, dass Freddy Bobic dann mit dran teilnehmen kann, was schon so ein bisschen komisch klingt. Und dann gab es ja den Super-GAU zu dem eigentlich geplanten Termin. 13 Uhr war dann auf einmal die Mitteilung des FC Bayern, dass jetzt auf einmal alles fix ist. Und dann war anderthalb Stunden später die PK, auf die wir jetzt dann gleich nochmal so vollständig eingehen können. Das war so die komplette Thematik, alles so in den letzten dreieinhalb, vier Wochen. Und so rückwirkend betrachtet, ohne jetzt schon mal intensiv auf die PK eingehen zu wollen, kann man eigentlich sagen, das hätte man schlauer lösen können, oder? Ja, das hätte man schlauer lösen können, das hätte man schlauer lösen müssen. Also wir werden ja jetzt gleich noch unsere wahrscheinlich auch teilweise unterschiedlichen Meinungen hier kundtun. Was für mich eigentlich der Hauptknackpunkt ist, ist, dass die Eintracht das Heft des Handelns komplett entzogen wurde. Ja, und dass sich die Klüngeleien im Bayern-Umfeld dazu bewogen haben, wieder Dinge an die Sportbild zu lancieren, damit bei den Bayern das frühmöglichst klar wird, wer neuer Trainer wird. Und bei der Eintracht kommt natürlich als Bauernopfer wieder die Unruhe rein. Das sind Dinge, die hätte man definitiv danach lösen können, danach lösen müssen. Ich glaube, es gab sogar diese interne, wir werden gleich noch darauf eingehen, aber ich glaube, es gab schon dieses Statement, das man gesagt hat, nach dem Bayern-Spiel wollte man für Klarheit sorgen. Das ist jetzt schon vorher passiert, aber das zeigt natürlich, und das ist das, was mich am meisten aufregt, dass im Endeffekt ist die Bundesliga ein Scheißdreck wert. Die Bayern tun und machen, was sie wollen. Es ist vollkommen irrelevant, was sonst an der Konkurrenz der Liga passiert. Die Sportbild braucht halt diese Informationen, um Auflage zu haben. Und die Bayern sind so dumm und machen das, weil, naja, da haben sie ihre Spusis. Da wird nochmal ein bisschen was hin und her gewurschtelt und dann gehen solche Dinger durch. Natürlich ist das alles schon wochenlang in der Schwebe. Jeder von uns wusste im Endeffekt, oder Basti und ich wussten auch, dass das eigentlich ein valides Thema ist. Wir haben vor Wochen, haben wir ja unsere Zuhörer darüber abstimmen lassen, wollen wir das Thema jetzt auf die Tagesordnung setzen, ja oder nein? Und dann gab es halt diesen halbgaren Schwur von Kovac, der sich dann mit der doppelten Verneinung dann übrigens auch keinen Gefallen getan hat. Ja, stimmt. Und dann ging es halt darum, nein, es stand jetzt bla bla bla. Die Sache ist die, die Frage der Glaubwürdigkeit, da ist immens angekratzt, aber daran können wir nichts ändern. Was mich halt immens ärgert, ist die Tatsache, dass die Bayern einmal mehr ihr mieses Spiel betrieben haben, die den Rest der Bundesliga als Spielball benutzt haben, nur um den Willen durchzudrücken und das Sportbild zusätzlich noch mit Informationen zu füttern, wo jetzt jeder von uns eigentlich die Scherben aufzukehren hat. Die sind große Scherben. Ja, stimmt, stimmt. Unprofessionell und respektlos war, glaube ich, so große Titel auch, die entsprechend dort gefallen sind, auch bei dieser PK. Finde ich, passt ja dann wunderbar. Also, wie gesagt, wir kommen ja noch dazu, aber unprofessionell und respektlos sind ja dann die Worte, die man eigentlich da sagen kann. Danke, Bayern München, dass ihr euch auf ein Niveau begebt, wo wir uns gar nicht hinbegeben wollen. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Genau. Danke, FC Bayern. Danke, Merkel. Ich glaube, das kann man hier so wunderbar einbauen. Danke, Uli. Mein bester Freund, Uli. Ja, der wird unser aller neuer... Sehr stilvoll. Sehr stilvoll haben wir das gemacht. Aber Leute, ich verstehe es nicht. Das größte Problem, was ich eigentlich mit der Situation habe, ist, ich weiß, das ist eine Once-in-a-Lifetime-Kiste, auch für Kovac. Der wird nie so, genau, der wird nie so da rankommen. Das ist, die Tatsache, dass er wechselt, ist doch etwas, womit wir uns rein rational abfinden können. Jeder Bundesliga-Profi würde es ähnlich tun. Jeder von uns. Und die meisten, die jetzt heute so blöd schreiben und Kovac hier schon wieder komplett an die Wand schreiben und so weiter und so fort, ja, und dann auch, und auch aufs Übelste beleidigen und beschimpfen, die würden auch, wenn sie die Möglichkeit hätten, irgendwie wechseln. Das Problem ist allein der Zeitpunkt, die Art und Weise, die Kommunikation. Genau, der Zeitpunkt und die Art und Weise. Und das ist das, was mich wohnen. Genau. Auch diese Lügerei, ganz ehrlich, hat einer von euch dieses Theater dort geglaubt heute? Ganz ehrlich, will mir nicht erzählen, dass er das heute erst erfahren hat, verarsch mich nicht, Digga. Also damit sind wir ja quasi vollständig in dieser PK drin. Die ging gute 28 Minuten. Sie fing schon an mit dem einleitenden Satz, dass man ja über das Spiel von morgen sprechen wollte, wo mir schon irgendwie sehr klar war, dass man da eigentlich gar keinen Bock hat, Fragen zu beantworten. Und das auch, der Versuch war, irgendwas wegzuhalten, was halt einfach gar nicht wegzuhalten geht. Und dann ging es ja schon relativ schnell eben zu der Aussage von Kovac, zu wann der Kontakt mit Bayern stattgefunden hat. Ich weiß nicht, Marvin, du hast Tipps, ist der da auch mit drin? Sonst können wir es einmal so skizzieren. Ja, also ich kann, nee, ich fasse es kurz zusammen. Also er hat halt gemeint, dass der Kontakt eigentlich erst vor 24 Stunden zustande gekommen ist. Also das, was ich daraus gezogen habe, ist, dass er eigentlich erst gestern kontaktiert wurde und das dann eine relativ schnelle Entscheidung war. Also bei allem Respekt, 24 Stunden, ich weiß, manchmal geht es schnell. Das kennen wir alle, ja, gerade wir Männer, aber bei allem Respekt. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber er sagt eines. Ich will es mal so sagen. Sie kennen mich ja jetzt, glaube ich. Hallo. Und ich hätte sagen können, nein. Dann hätte ich gelogen. Aber letzten Endes habe ich die Wahrheit gesagt. Ja, Sie werden sagen, es war ein offenes Türchen, aber ich habe die Wahrheit gesagt. Und das ist genau der Punkt. Wenn ich kategorisch gesagt hätte, nein, ja, dann hätten Sie sagen können, ich habe gelogen. Aber ich habe nicht gelogen. Sag doch gar nichts. Weil ich das so gesagt habe. Das ist halt das Problem. So, ich hatte ja gesagt, Stand heute war es das mit den Teilnehmern oder Stand jetzt. Stand jetzt hat sich natürlich in kürzester Zeit geändert. Nicht nur bei Niko Kovac, sondern auch bei uns. Wir begrüßen den Etienne, der jetzt hier noch mit im Rage-Modus mitmachen möchte. Guten Abend, Etienne. Hallo, hört ihr mich? Wir hören dich. Ich habe eben schon zugehört. Ich war original wie der fucking Ultimate Warrior draußen am Ring und habe schon geprustet und habe gedacht, ich wollte einfach wirklich auf den Ring zurennen und unter dem untersten Seil reinrutschen und direkt den ersten Clothesline. Also verbal jetzt nicht euch, sondern einfach das Thema. Ja, also das war ja quasi der Einstieg in die PK. Ja, Kovac sagt, er hat quasi, man hat ihn gestern angerufen, ist direkt mit dem Vertragsangebot unterm Arm reingekommen und das hat nicht mal 24 Stunden gedauert. Das ist halt Bullshit. Bei allem, was schmeckt, ganz ehrlich, wenn jeder von uns, weißt du, keine Ahnung, ich habe vor drei Monaten das irgendwie schon gehört, Basti kam, du kamst vor zwei Wochen auch nochmal auf uns zu und hast gemeint, naja, die Sache ist jetzt eigentlich schon ziemlich durch und so weiter und so fort. Du hast ja auch aus Quellen gehört, wo wir alle schon, ja gut, okay, die Sache, das ist halt jetzt hier schon relativ spruchreif. Die Frage, das war eigentlich nur eine Frage der Zeit, aber warum sagt er denn, warum sagt er denn, ja, das habe ich gestern gehört und gestern habe ich das Angebot bekommen. Bullshit, ey, also vor allem Respekt. Also es gibt für mich einen kleinen fünf Minuten, sagt er, okay, mach ich, warte, ich muss kurz bescheiden. Ich wollte gerade sagen, es gibt nur drei Varianten. Der Berater von Kovac ist Markus Hörwig, Alter, der Pressesprecher dort war. Willst du mich verarschen, dass nicht mal im Ansatz schon gesprochen wurde? Also was denkt der denn? Ganz ehrlich, das ist so eine schäbige Nummer und das ist auch das, was mich am meisten an dieser Sache ärgert. Ihr habt es ja auch schon gesagt, es geht nicht darum, dass Kovac zu den Bayern geht. Das ist vollkommen in Ordnung, rein von der sportlichen Sicht her. Das hätte auch jeder sofort gedacht. Aber die Art und Weise, was da für ein Schauspiel in den letzten zwei, drei Wochen passiert ist und wie man wirklich versucht hat, alle für dumm zu verkaufen und das jetzt so darzustellen, als ob man das richtig gemacht hätte. Und da sieht, meiner Meinung nach bröckelt gerade so krass auch das Bild von Kovac, den man ja wirklich als einen ehrlich aufrichtigen Typen wahrgenommen hat. Und der sich auch dauernd keine Chance ausgelassen hat, um die Moralkeule zu schwingen und allen anderen an die Wand zu stellen. Und jetzt kommt er hier mit solchen fadenscheinigen Erklärungen und will einem ernsthaft klar machen, dass es gestern einen Anruf gab, wo er zum ersten Mal quasi von dieser Geschichte gehört hat und dann ein Angebot gehört hat, was er am Telefon angenommen hat. Und ich meine, ich muss sagen, ich finde gut, wie Bobic reagiert hat in der Pressekonferenz, dass er auch pisst war und auch die Bayern angezählt hat. Aber es ist meiner Meinung nach nur, sage ich mal, 70 Prozent konsequent. Weil 100 Prozent konsequent müsste er auch Kovac in den Senkel stellen. Ich kann zwar verstehen, dass er das nicht macht, weil er jetzt irgendwie auch die sportlichen Erfolge nicht gefährden will. Aber in dem Moment, wenn die Story von Kovac stimmt, dann tickt Kovac ja auch Bobic. Ja, ja, ist richtig. Und es stimmt ja auch nicht. Also er kann ja nicht sagen, die Bayern sind respektlos, aber Kovac hat alles richtig gemacht. Ja, und zusätzlich stimmt das auch nicht. Denn es gibt einen Fehler eigentlich in der ganzen Erzählung. Und zwar wurde Bobic heute Mittag schon angesprochen. Und da hat er gemeint, direkt als er aus dem Flieger kam, hat er gesagt, also er hat nichts gehört. Er war ja jetzt aber auch in Dänemark und normalerweise kommt Kovac mit solchen Geschichten zu mir. Dann hat er aber in der Pressekonferenz, hat Kovac gesagt, ja, er hat ja auch mit Bobic dann drüber gesprochen, auch gestern schon. Und da habe ich gedacht, bam, so kann es nicht laufen. Das ist nämlich genau der Punkt, wo du merkst, okay, hier tut sich halt eine Schwelle auf, so eine Lücke, die unbeantwortet bleibt. Und da weißt du, okay, die ganze Geschichte haben sie jetzt auch noch nicht wirklich gut durchgespunden. Wenn du schon Scheiße erzählst, muss das auch wenigstens glauben, würde ich passieren, dass es dir wieder glaubt. Es stimmt alles zu mir. Ich habe auch Insight, also ich weiß nicht, ob es Insight-Informationen sind, aber ich will jetzt auch keine Namen nennen. Aber sagen wir mal so, ich kenne Leute, die Leute aus der Mannschaft kennen. Und da kam es nicht so überraschend an wie für uns. Das heißt auch, es wird gemunkelt, dass auch Bobic jetzt nicht so überrascht ist, wie er getan hat. Und ich glaube, es klingt auch für mich, ohne jetzt das beweisen zu können, und das ist jetzt auch ein bisschen Gossip und so, ich glaube der Quelle, aber unabhängig davon, wirkt das alles sehr konstruiert. Es wirkt so, als ob man überlegt hat, ja, okay, das ist jetzt alles öffentlich geworden. Wir wollten nicht, dass es öffentlich wird. Wir wollten jetzt hier noch die Saison zu Ende spielen, dann hätten wir es irgendwie bekannt gegeben. Und jetzt ist es öffentlich geworden, jetzt haben wir den Salat, das ist richtig scheiße, das finden wir kacke. Wie kommen wir da jetzt am besten raus? Wie können wir das den Leuten, also es wirkt richtig so, ich kann fast die Gedankengänge, die die beiden sich überlegt haben, um das nach außen zu verkaufen, kann ich fast sehen vor meinen Augen. Und die Pressekonferenz, Entschuldigung mal, wie haben die denn heute die Pressekonferenz geführt? Habt ihr das gesehen? Wie die im Prinzip zwei Sätze sagen wollten, dann sollte Kovac nicht mehr gefragt werden. Er wollte nicht mehr gefragt werden. Und der Pressesprecher dann so, ja, noch Fragen zu Leverkusen? Nein, dann können wir ja auch Schluss machen, so nach dem Motto, als ob nicht ein Elefant gerade im Raum steht. Ja gut, Strassheim ist sowieso äußerst unsouverän. Aber ja, genau der Punkt, also ich finde, diese Konstruktion, die du eben aufgeworfen hast, will ich auch nochmal eingehen, denn das ist natürlich ganz klar. Schau dir die Kommentare von Bobic an, die fand ich gut, die fand ich... Die waren extrem gut, ja. Die haben den Finger zwar in die richtige Wunde gelegt, aber auch hier muss man natürlich ganz klar sagen, das ist eine thematische Kritikverschiebung weg von Kovac hin zu den Bayern, die du natürlich schwerer angreifen kannst, um natürlich den Hass der Fans, den Unmut der Fans auch nicht die ganze Zeit auf Kovac zu lagern, sondern zu verlagern, damit da der Stress draußen ist und du intern als Mannschaft bzw. Fan und Mannschaft immer noch einigermaßen zusammenarbeiten kannst. Natürlich eine smarte Sache. Es trifft ja auch einen wunden Punkt. Wir alle wissen, wie Dietl Tandisch der FC Bayern in den letzten Monaten agiert hat, aber es kommt natürlich auch nicht einfach so. Er ist schon ein Fuchs und er weiß schon, wie er es zu machen hat. Aber halt ganz kurz mal... Kurze Ergänzung. Das ist nicht alles, ganz ganz kurz nur, die Sache ist doch die, würde es euch nicht weniger verärgern oder auch mehr beruhigen, wenn du wüsstest, und auch wenn du es so verkauft hättest, wir wussten das schon lange, wir konnten uns um einen entsprechenden Nachfolger kümmern, es ist alles halb so wild. So klingt das ja, wenn angeblich wirklich das alles gestern gemacht wurde, es hat keiner mit keinem gesprochen. Heißt, wir stehen heute an dem Punkt, wir haben mit keinem Trainer, keinem Nachfolger usw. gesprochen, dann würde es mich doch als Fan eigentlich mehr beruhigen, wenn ich wüsste, okay, die wussten das schon alle vorher, klar, sie wollten ein bisschen, wir wollten es doch nicht veröffentlichen, um hier keine Unruhe in den Verein zu bringen, wir müssen das akzeptieren, er hat eine Ausstiegsklausel. Hättest du das doch alles so besser nach außen hingetragen? Das verstehe ich auch nicht. Hättest du viel mehr Ruhe? So ist das für jeden doch, oh Gott, was ist denn hier los? Also das wirkte heute so, als wie der Etienne es gesagt hat, aber als hätten die sich das heute erst schnell ausgedacht und es passt hinten und vorne nicht zusammen. Die haben doch Zeit gehabt. Also die haben es auch Zeit und mittlerweile scheinen sie dich ja überall beraten lassen, wie kann ich sowas kommunizieren, ohne dass es so sehr brennt. Aber was das war, was war das für eine Nummer? Der Marvin hat es ja gesagt, die wollen dann Bayern, Bayern ist jetzt plötzlich der Boomer, na klar, das ist auch schlechter Stil. Ich finde das auch respektlos, Kovac gegenüber von Bayern, dass die nicht zumindest ausgemacht haben hier, Leute, könnt ihr mir bitte einen Gefallen tun? Ich bin hier noch bei der Eintracht angestellt, übrig werde ich von denen bezahlt. Ich werde hier noch bezahlt von denen. Könnt ihr bitte dafür sorgen, dass hier keine Ruhe ist? Nein, da müssen die fettgefressenen Leute da gleich die Sportbild wieder anrufen, wie das immer bei Bayern ist. Es ist ja bezeichnend, wo diese Meldung dann auch rauskommt. Und es fängt mich richtig ab, weil die sich überhaupt nicht dafür interessieren. Und es gefährdet, es gefährdet eine der besten Saisons, die in der Eintracht stattfinden kann. Und Kovac macht sich sein Denkmal, was er hier hätte. Und der hätte das auch gehabt, wenn er im Sommer gewechselt wäre mit Champions League oder Europa-Teilnahme. Wenn der das anders kommuniziert hätte, genau wie Radetzky, das sind zwei, die eigentlich echt positive Erscheinungen gewesen wären in Frankfurt, sind jetzt plötzlich zwei Wichser. Sorry. Es ist denen einfach scheißegal. Und das ist eigentlich das Traurige an der ganzen Geschichte. Und es zerstört langsam wirklich den Fußball für mich. Weil man hat ja eh schon nicht mehr so viele Figuren, sag ich mal, wo die Fansäle dranhängt. Man hat sich ja schon damit abgefunden, dass Fußball alle Söldner sind und weiß ich nicht was. Es gibt ja schon kaum noch so diese krasse Identifikation. Das ist ja schon alles irgendwie extrem krass geworden, finde ich. Zumindest aus meiner Sicht. Und jetzt mit Kovac hatte man wirklich mal wieder so einen Leuchtturm, an dem man sich auch als Fan orientiert hat. Und wo man wirklich in sein Herz geschlossen hat, gesagt hat, ja, der repräsentiert auch unsere Werte, unsere Vorstellung. Der ist einer von uns so. Und das jetzt auf diese Art und Weise so, ja, um die Ohren gehauen zu kriegen, das tut echt, also ich muss sagen, dagegen ist Jermaine Jones nix. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so krass derbe enttäuscht war. Eine kurze Ergänzung, die noch gerade eben gemacht worden ist. Bobic und Hübner sind gestern schon aus Dänemark wohl zurückgekommen. Von daher würde der zeitliche Ablauf wieder passen. Ich bin auch der festen Überzeugung, die wussten das schon vor zwei Wochen. Und die haben jetzt einfach nur eben das Problem gehabt mit dieser komischen Pressekonferenz, weil sie von der Art und Weise, wann das kommuniziert wurde, total überrascht waren. Ja, also zwei Punkte. Zum Ersten, was der Etienne angesprochen hat, das ist natürlich, also ehrlich gesagt, für mich auch der Sargnagel in den letzten Funken Fußballromantik, den ich hatte. Also für mich ist die Sache, also ich höre jetzt blöd an, aber für mich ist das jetzt eigentlich, das ist vorbei. Also ganz ehrlich, wenn du nicht mehr die Möglichkeit hast, eine Saison, die du jetzt auch so gut aufgebaut hast, einigermaßen anständig und Ruhe zu beenden, weil es immer diese Nebengeräusche gibt, wie will dann eine mittelmäßige Fußballmannschaft erfolgreich sein, wenn es immer am 25. und 28. Spieltag schon so große Störfeuer gibt, die einem komplett alles kaputt machen können? Wie wollen wir denn dann noch Bundesliga-Fußball betreiben? Das ist doch vollkommen für den Arsch. Was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht immer wieder diese Störgeräusche haben, die mir alles zerstören. Ich weiß doch, wie schwierig, wie problematisch das Bundesliga-Geschäft ist. Ich weiß doch, wie leicht sich dumme Fußballspieler mittlerweile beeindrucken lassen, wenn irgendein Scheiß-Geldverein mit den Scheinen wedelt. Da weiß ich doch, dass die drei Spiele erstmal komplett neben der Kappe sind. Selbst smarte Spieler wie Lukas Radetzky lassen sich davon aus der Ruhe bringen. So, und dann gucke ich mir die Eintracht an und sehe, auf welch großartig im Rahmen das in den letzten Wochen gut funktioniert hat und welche Störfeuer jetzt aufkommen. Das ist doch, wo ist denn der Sinn für mich noch, Fußball zu verfolgen, wenn ich weiß, egal wie weit wir bis zum 25. Spieltag kommen, spätestens danach geht es wieder los und ist die Scheiße am Dampfen und dann kacken wir ab. Das kann doch nicht der Ansatz sein. Und jetzt nochmal eine andere Thematik. Natürlich ist es so, dass die Eintracht überrascht wurde. Und ich glaube auch, dass Niko Kovac jetzt schon bei den Bayern den ersten Dämpfer bekommen hat. Ich glaube, dass ihm das überhaupt nicht passt. Ich glaube auch, dass er komplett überrascht wurde, dass jetzt die Sache geleakt wurde. Der wird sich ehrlich gesagt zu Hause, ich glaube immer noch, dass Niko Kovac eigentlich ein cooler Typ ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass es nicht nur gebabbelt ist, wie wir ihn alle erlebt haben, wie wir ihn vielleicht teilweise auch auf dem Trainingsplatz erlebt haben, wie ich ihn auch im Training erlebt habe. Dann merke ich eigentlich, das ist ein astreiner Typ. Auch in den Sequenzen, auch wenn ich ihn, keine Ahnung, in der Stadt getroffen habe oder so, mal ein kurzes Wort gewechselt habe. Das ist ein guter Typ gewesen. Und daran will ich einfach weiter festhalten. Ich glaube aber, dass er genauso von den Bayern vor den Karren geworfen wurde, weil es irgendeinem super in den Kram gepasst hat, irgendwas zu liegen, damit die Bayern möglichst schnell die Planstelle besetzt haben und sich jetzt um die Kaderplanung kümmern können. Aber damit nimmst du ihn so ein bisschen aus der Verantwortung, finde ich. Weil ganz ehrlich, er ist ein erwachsener Mann und er kann selber entscheiden, letztendlich wie er zu den Dingen steht und was er dazu sagt. Und keiner hat ihn gezwungen, die Worte zu benutzen, die er benutzt hat. Und gerade wenn er so straight ist, wie wir es vermutet haben und wie du es auch gerade noch mal gesagt hast, dann hätte er auch einfach sich hinsetzen können und sagen können, es gibt Anfragen vom FC Bayern München und es ist ein großer Verein. Und ich würde lügen, wenn das nicht auch ein Thema wäre, womit ich mich gedanklich beschäftige. Aber ich habe das jetzt hinten angestellt, weil ich spiele jetzt mit mir als Trainer bei der Eintracht. Wir haben hier die Chance, Einmaliges zu erreichen. Und was dann ist, ist dann. Natürlich hätte dann jeder spekuliert, dass er vielleicht geht oder so. Aber das wurde auch so, dass es so oder so passiert. Und es ist ja auch okay, dass es spekuliert wird. Denn es ist ja die fucking Wahrheit. Also warum denn nicht? Er hat mit dem Gedanken gespielt zu wechseln. Warum darf das keiner wissen, dass er mit diesem Gedanken spielt? Jetzt weiß es auch jeder, dass er wechselt. Und es sind noch fünf Spieler. Es ist so oder so eingetreten. Warum kann man dann nicht ehrlich sein und aufrichtig sein? Und dann kann man zumindest auch in der Rückbetrachtung, in ein paar Jahren kann man sagen, ja, einer der wenigen, die zumindest ehrlich waren, und jetzt reiht er sich ein in all diese heuchlerischen Fußballer, die nach vorne hin lächeln und sagen, nein, da ist nichts dran und macht euch mal keine Sorgen und so weiter. Und im Hintergrund aber ja schon die Fäden zieht. Das ist es ja. Du darfst nicht vergessen, der steht vor die Kamera und sagt, macht euch keine Sorgen, während er im Hintergrund schon darüber diskutiert, ob Ribery und Robben neue Verträge kriegen sollen. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ein Verein wie die Bayern und ein Trainer wie Kovac, dass da nicht irgendwie vorher Gespräche stattfinden, auch wenn nicht schon unterschrieben ist oder es noch nicht trocken in Tüchern ist. Das kann mir doch kein Mensch erzählen, dass da nicht schon über die Kaderplanung, ob der sich das vorstellt, kann sie erst machen. Das waren ja auch scheinbar schon Essen. Also es gibt ja diese Sachen. Das ist doch nicht gestern am Telefon entschieden worden. Das ist doch kompletter Quatsch. Aber das ist halt auch eine Frage der Kommunikation. Genau das ist genau der Punkt. Ja, natürlich haben die schon früher gesprochen. Man hätte einfach nur sagen müssen, ich weiß nicht, ich glaube, keine Ahnung, Kovac war früher, also nur mal als kleiner Backlash, wenn ihr euch, ne, ein kleiner Flashback, wenn ihr euch an früher erinnert, war er im Endeffekt nicht so der Wortgewand. Da ist er nicht so vor jedes Mikrofon gegangen. Das ist erst zu seiner Zeit bei der Eintracht passiert. Und ich glaube, da gab es bestimmt auch irgendwie, du hast, Basti, wie lange ist jetzt der Hörweg, sein Berater? Auch noch nicht so lange, ne? Ich glaube, da gab es auch, ich glaube, da gab es auch, sag ich mal, Trainings, dass du dich irgendwie souveräner darstellst, dass du auch mal, ich meine, im Endeffekt hast du gewisse Phrasen raus, das hat er heute auch wieder, da musste ich sogar in der Redaktion lachen, weil ich echt gedacht habe, Alter, warum haust du solche Phrasen raus, ja? Aber ich glaube, dass er sich absolut verspekuliert hat, er wollte, glaube ich, die ganze Eintracht, wollte irgendwie letzte Woche mit diesen Aussagen, da hat er sich ja komplett geschadet, hätte die Aussagen von der letzten Woche nicht getätigt, von wegen Stand jetzt bla bla bla, wäre das hier alles so halb so dramatisch. Aber ich glaube, die Eintracht wollte irgendwie einen Deckel drauf bekommen, wollte das besänftigen und hat komplett die falsche Wahl getroffen, anstatt der Offenheit, ganz ehrlich, wie geil wäre es gewesen, hätte er genau das gesagt, was der Etienne gesagt hat, Leute, wisst ihr was, es gibt ja das Angebot, das ist für jeden Trainer eine geile Angelegenheit, aber ich will eigentlich, dass wir mit der Eintracht hier so erfolgreich wie möglich sind, einfach mal ehrlich sein, wo ist das fucking Problem in der Bundesliga? Ja, das verstehe ich nicht. Und das geht ja bei der Bundesliga durch alle Sachen, die sind alle so gekrimmt irgendwie, ich kriege das ja auch mit, wenn wir Gäste haben aus dem Umfeld oder aus dem weiteren Bundesliga-Umfeld, wie die alle reden wie Roboter, wo keiner mehr, du hast das Gefühl, du redest nicht mehr mit Menschen, sondern nur noch mit so PR-Maschinen. Warum können die nicht einfach sagen, wie es ist? Warum können die nicht sagen, das war scheiße, ich habe mich scheiße verhalten, ich will auch Geld verdienen, warum kann man so simple Sachen, die doch eh jeder normal denkende Mensch rafft und auch nachvollziehen kann? Verstehen kann, ja. Warum wird da immer so eine Scheinwelt kreiert, die einfach Bullshit ist? Warum hat Kovac denn auch die Hoheit über die Kommunikation aus der Hand gegeben? Das verstehe ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Also weißt du, diese Sache ist ja völlig eskaliert. Also wir hatten diese Unruhe vor einer Woche oder vor zwei Wochen, wo es dann diese komischen Interviews vor dem Bremen-Spiel war das schon ein bisschen merkwürdig, wo du dann wieder so ein bisschen skeptisch wurdest. Dann gab es dieses von Bobic dieses Jahr und ich bin nächstes Jahr Trainer, es gibt keinen Grund zu zweifeln. Ganz ehrlich, ihr habt ja gesagt, man kann ehrlich sein und wenn man selbst das nicht will, dann hält man trotzdem einfach die Schnauze. Du musst ja kein Interviews geben. Aber die große Masse beruhigt das doch, oder? Die große Masse beruhigt das, glaube ich. Aber was bringt das denn? Jetzt stehen wir eine Woche später wieder da und im Endeffekt ist es genau das. Aber wenn heute diese Situation nicht gewesen wäre oder gestern auch mit der Kommunikation, meint ihr nicht, dass es dann auch eine gewisse beruhigende Wirkung gehabt hätte? Das ist ja im Endeffekt immer die Frage. Ich habe mich das auch gefragt. Ich habe mich gefragt, was war denn eigentlich der Plan, wenn das nicht geleakt worden wäre? Aber natürlich trotzdem in dem Wissen, dass man schon verhandelt hat oder dass es sogar vielleicht auch schon Feststand gesagt hat, ich bleibe möglicherweise oder Stand heute oder wie auch immer. Der Plan war meiner Meinung nach ganz klar, dass mit dem potenziellen Pokalfinale, mit potenziell Europa League als fast schon Worst-Case-Szenario und Champions League als Best-Case-Szenario sind zumindest drei potenzielle Zielmöglichkeiten, die dann ein extrem positives, also positive Besänftigung herbeiführen würden. Das heißt, wenn Kovac am Ende dann sagt, ja Leute, ich wurde dann in den letzten drei Wochen, hat sich das zugespitzt und so weiter und dann habe ich mich doch dafür entschieden, aber er hinterlässt uns in der Champions League, dann wäre das alles noch, weiß ich nicht, in sanften Bahnen gewesen. Das war mit Sicherheit der Plan. Das war der Plan. Und jetzt ist es der totale Clusterfuck, weil jetzt ist es raus und möglicherweise wird es nichts von den drei zielen. Genau. Ja, aber das ist doch genau die Diskussion. Die Diskussion jetzt, das Problem, das haben wir schon vorher gesagt, als der Marvin und ich das Gefühl hatten, okay, die Nummer scheint durch zu sein, dann ist es vor sich hingesickert. Aber das Problem ist doch, natürlich gibt es keine Beweise, dass solche Dinge, die dann in Bremen, in Dortmund und so, dass sie passieren, weil es diese Diskussion gibt. Natürlich kann es auch nicht im Zusammenhang stehen. Die Sache ist trotzdem, es wird diese Diskussion jetzt geben. Was ist denn, wenn die Eintracht jetzt 3-0 in Leverkusen verliert? Was auch passieren hätte können, wenn Kovac nächstes Jahr noch da geblieben wäre. Nein, aber es wird jetzt diese, die Eintracht kann mit dieser Situation die ganze Saison in den Arsch reißen und dann haben wir hier gar nichts. Was ist, also ich verstehe nicht, wie respektlos das wirklich von allen Beteiligten ist, dass man es nicht probiert hat, zumindest auf die ruhigste Art und Weise zu machen. Und der Etienne hat es doch gesagt, Leute, ich kann doch nicht einen geben, der zu mir sagt, boah, das verstehe ich aber gar nicht. Wie kann man nur zu Bayern München wechseln? Das ist aber ganz kurios. Er geht ja nicht nach Wolfsburg oder so, sondern jeder von uns kann doch verstehen, dass er da hingeht. Und wenn er so kommuniziert, was er auch immer hochgehalten hat, dieses, ja Verträge, er hat doch diese Aussage, mal Verträge sind heutzutage nichts mehr wert. Ich komme aus einer Zeit, da gibt es doch gesprochene Worte, es war noch was wert, bla bla bla. Halt bitte deine Schnauze und mach es doch einfach. Und dann, wie ihr es gesagt habt, dann muss man diese Romantik halt, muss man das fressen. Natürlich hätte das auch wehgetan im Sommer. Aber was mich echt nervt, ist die Art und Weise, wie er sich dann hinterher, ich habe doch gar nicht gelogen, wie du dann merkst, plötzlich denkst, du warst eigentlich krass verliebt in jemanden. Und plötzlich merkst du, Alter, was für ein Riesenarschloch bist du eigentlich. Und stehst dann plötzlich da und denkst, okay, muss weitergehen. Aber ich glaube, worum es eigentlich geht, ist gar nicht, dass er nächstes Jahr nicht da ist. Die Eintracht wird das schon irgendwie hinkriegen und die Eintracht ist auch professionalisierter, dass ich keine Angst habe, dass hier irgendein Halbalkoholiker als Trainer wiederkommt, sondern ich glaube, da wird was Gutes machen. Du siehst es ja in den Spielertransfers, die werden auch ein paar auf der Liste haben. Hübner ist da, glaube ich, sehr umtriebig. Da habe ich jetzt noch keine Angst vor, wovor ich jetzt Angst habe, ist, dass diese Unruhe jetzt dafür sorgen wird, dass sie dieses knackige Restprogramm eben nicht schultern können. Und wie ihr es gesagt habt, am Ende rutscht die Eintracht vielleicht, weiß ich nicht, wirklich noch auf Platz 8, schaltet im Halbfinale aus. Oder dass die Mannschaft auch auseinanderbricht. Also es gibt ja nicht wenig Spieler, die jetzt auch in Vergangenheit gesagt haben, was für ein toller Trainer, Kovac und so weiter. Also gerade so jemand wie Boateng oder so. Da bin ich mal gespannt, was das jetzt für den Kader bedeutet. Und das werden die nächsten Tests. Da werden wir nämlich sehen, aus was im Holz diese Leute sind, die immer auch gesagt haben, ja Frankfurt und alles, was wir gefeiert haben. Im Endeffekt waren wir vielleicht auch ein bisschen naiv. Vor zwei Monaten, drei Monaten, als es mit der AfD vom Fischer war und jetzt hier United Colors. Also die Eintracht gibt ja echt ein geiles Bild ab und wir haben uns so ein bisschen irgendwie in den Rausch geredet. Von flenden lassen, ja. Ja, und werden jetzt wieder in die Realität zurückgeholt. Und ich bin nämlich gespannt, was ihr sagt, was jetzt passiert, wann dieser Domino-Effekt eintreten wird. Und dann werden wir vielleicht gucken, ob der Eintracht ist Boateng. Doch nicht so gut. Lass uns vielleicht noch einmal kurz bei der PK bleiben, weil da gab es ja noch, außer, wir hatten es gerade eben schon gesagt, Bobic hat das sehr souverän gemacht. immer noch nicht gesprochen hat. Der ist ja derjenige, der jetzt da bleibt. Ich stelle mir jetzt so ein bisschen die Frage in diesem ganzen Thema, wie sehr leidet denn da jetzt auch das Ansehen von Bobic mit? Nee, also ganz ehrlich, das ist doch viel spekulativ zu beurteilen. Also ich meine, wir wissen alle nicht genau, was passiert ist. Wir wissen nur, wir müssen auch seinem Wort irgendwo glauben. Also es bringt ja jetzt auch nichts zu sagen, wir hinterfragen das jetzt alles total, ohne jetzt irgendeinen Hintergrundwissen zu haben. Wir müssen jetzt damit arbeiten, dass Bobic jetzt erst kurz, was ich davon erfahren habe, dass eigentlich, aber natürlich im Vorhinein auch komische Aussagen getroffen wurden, wo er auch mal gesagt hat, er weiß, wer nächste Saison Bayern-Trainer wird. Also so auch total Unsinn oder so. Das ist so und das ist irgendwie ein widersprüchliches Bild, was er abgibt. Aber der Faktor, können wir uns jetzt nur damit heranarbeiten, wie er jetzt die nächsten Schritte plant. Wir können eigentlich nur sagen, was ist jetzt? Wen hat er auf dem Zettel als neuen Trainer? Und danach können wir ihn beurteilen. Alles andere ist irgendwie, keine Ahnung, Fischen und Trüben besser. Ich will ihm auch glauben und ich gehe auch davon aus, dass man ihm glauben kann. Er wusste das nicht. Glaubt ihr wirklich? Nee, ich glaube, ich bin mir sicher, dass er das wusste. Ich hoffe, dass er es wusste. Ich wollte gerade sagen, dass es so viel schlimmer hat. Nein, ich bin mir absolut sicher, dass er das wusste. Ich bin mir aber auch sicher, weil soweit vertraue ich ihm auch, dass man heute auf offiziellen Wege mit ihm nicht gesprochen hat, was das Thema eigentlich noch viel tragischer macht. Das ist, glaube ich, der Punkt, René. Ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Ich glaube, worüber Bobitz sich auch eher aufregt, ist nicht die Tatsache, dass sie ihn verpflichtet haben, sondern es gab wahrscheinlich Absprachen, dass man das anders macht und dann ist irgendein Bazi, ich gehe zu Sportbild, wahrscheinlich, weil der irgendeinen Giftschrank, irgendeine Info über den hat und die tauschen sich da ständig aus und wie Lothar Matthäus war ja der Erste, der seine Fresse nicht halten konnte und ich glaube, darüber ist er sauer und das ist, glaube ich, auch, wie ich gesagt habe, er ist sauer, weil das auch, wie gesagt, natürlich trotzdem sein Bild auch beschädigen kann, weil man da entweder, entweder denkst du, er lügt oder er ist unvorbereitet, er hat ja nur diese zwei Möglichkeiten und das ist ja beides scheiße. Der hat nicht gelogen. Klar, also der eine Punkt, es gab mit Sicherheit Absprachen, das war ja auch die Andeutung oder die Aussagen, die man gemacht hat, man wird irgendwie Ende April und so weiter, wo man sich jetzt nicht dran gehalten hat. Was ich mir aber auch vorstellen kann, was mich an der Stelle von Bobic, an der Stelle auch einfach ärgern würde, wäre, welchen Stellenwert man ihm in der Liga zuordnet, weil die nehmen ihn ja dann alle nicht für voll, sonst würde man ihn ja auch irgendwie auf einer gewissen Art und Weise da mit einbinden. Die Bayern nehmen niemanden für voll. Moment, die Bayern. Okay, die Bayern nehmen ihn nicht für voll. Ja, nehmen niemanden für voll. Also ich glaube, da hätte sich ein, bei Watzke oder Tönnies oder was auch immer, also nur weil die Bayern einen respektlos behandeln, glaube ich nicht, dass das Ansehen in der gesamten Liga deshalb schlecht ist. Aber ich glaube schon, dass Bobic, gerade auch jetzt als Funktionär, der jetzt auch viel positives, ja Feedback gekriegt hat und den positiven Licht dastand für diese tolle Eintrachtleistung und Saison bislang, dass das jetzt schon was ist, wo das ihm nicht schmecken wird. Also er hat ja auch immer wieder von Respekt geredet und ich glaube, das ist ein Thema, das ihn richtig, richtig, richtig anpisst, glaube ich. Ich glaube, das hast du auch sehr stark in seiner Aussage gemerkt, wo er sagte, wir verkaufen jetzt auch Trainer, als er auf diese Ausstiegsklausel angesprochen hat. Soll ich nochmal gucken, ob wir das irgendwie reinbekommen? Ja, schau mal, ob du das da irgendwie reinkriegst, dann können wir uns alle ein bisschen beruhigen. Ja, genau, wir haben ja ein bisschen Zeit jetzt. Ich bin so sauer. Hallo von meiner Seite. Ich meine, ich war gestern mit Bruno Hübner in Dänemark unterwegs. Wir haben eigentlich einen sehr schönen Termin gehabt mit einem sehr schönen Abschluss, dass wir den Nachfolger auf der Position 1 gefunden haben mit Frederik Röno. Als wir zurückgekommen sind, hat uns der Nico kontaktiert. Wir haben uns abends getroffen. Wir haben über die neue Situation gesprochen, die da entstanden ist, die natürlich eine gewisse oder eine große Dynamik aufgenommen hat. Wir respektieren die Entscheidung vom Nico. Ich glaube, das ist ganz klar. Wir haben sicherlich sehr lange zusammengesessen und viele Sachen sind wir nochmal durchgegangen. Aber der Entschluss war natürlich unumstößlich auch von seiner Seite und deswegen sage ich, muss man das auch respektieren. Da müssen wir auch Profis sein. In dieser Hinsicht. Es hat uns aber trotzdem überrascht. In dieser Phase. In dieser Phase, die unheimlich wichtig ist für Eintracht Frankfurt. Die nächsten Wochen stehen sehr viele wichtige Spiele für uns an. Wir können sehr viel erreichen. Wir haben uns sehr viel aufgebaut in kürzester Zeit. Und deswegen ist dieser Zeitpunkt natürlich und für uns bei der Eintracht kein sehr glücklicher. Dass Informationen nach außen geflossen sind innerhalb kürzester Zeit sicherlich aus Frankfurt sind sehr ärgerlich und sind unprofessionell und sind respektlos. So, ich denke, damit können wir es bewalten lassen. Ja, also ich glaube, der entscheidende Nebensatz war, als er gesagt hat, zu dem Zeitpunkt. Also ich glaube wirklich, dass zwischen den Zeilen ist ihm nicht darum geht das, sondern zu dem Zeitpunkt. Was ich merkwürdig finde, ist die Aussage, ja, der Nico hat uns dann informiert. Wenn das wirklich stimmt, dann ist es auch trotzdem nochmal ein Arschmuh von Kovac. Weil du kannst mir ja nicht erzählen. Der Braco hat es doch dann schon gesagt, er hat einen Drei-Jahres-Vertrag. So was machst du dann nicht in fünf Stunden? Dann sagst du, ich rufe dich kurz an, ich schicke dich gleich über die Eben, du schreibst, schickst zurück, alles klar, machen wir. Dann hier, Friedrich, ich muss übrigens was sagen. Also so eine Nummer ist doch eine Sache von Tagen. Und überleg doch mal, weil lange die Eben, du kannst ja nicht deiner Frau sagen, Gude. Überleg mal, wie lange das Thema jetzt in den Medien war. Und jetzt war Nummer, gehen wir mal von der dümmsten anzunehmenden Situation aus, dass die Bayern niemals an Kovac herangetreten sind und er nur aus der Presse davon erfahren hat. Nummer angenommen, was meiner Meinung nach völliger Humbug ist. Aber angenommen, es wäre so, keiner hat jemals mit ihm offiziell geredet oder inoffiziell. Keiner von den Bayern-Verantwortlichen ist an ihn herangetreten. Selbst wenn es nur ein Medienthema ist, glaubst du nicht oder glaubt irgendjemand, dass Freddy Bobic und Niko Kovac die den ganzen Tag miteinander zusammenhängen und planen und reden und reden, dass der eine nicht zum anderen sagt, hier, sag mal Niko, jetzt mal, ich weiß, die haben noch nicht angerufen, aber wenn die anrufen würden, was würdest du denn dann machen? Genau. Und was sagt denn dann Niko Kovac auf diese Frage? Auf gar keinen Fall. Oder sagt er, wenn sie wirklich so ein vertrautes Verhältnis haben, sagt er, ganz ehrlich, Freddy, ich muss dir eins sagen, also bei jedem anderen Verein würde ich nein sagen, aber wenn die Bayern kommen, ich glaub, dann würde ich's machen. Also dieses Szenario einfach nur und das ist schon wirklich Dumpdown, wie es, glaube ich, nicht passiert ist. Also kann mir doch keiner erzählen, dass hier irgendeiner nicht damit gerechnet hat oder sonst irgendwas. Das ist doch glasklar, wie es gelaufen ist. Also ich kann mir keinen Szenario vorstellen, wo irgendeiner großartig überrascht ist. Ja, aber Kovac bringt Bobic auch in eine blöde Situation. Oh ja. Diese Aussagen, weil Bobic hat doch auch diese Aussage getroffen, ihr macht euch keine Sorgen, das ist alles gelabert, Niko Kovac wird wahrscheinlich nächstes Jahr hier Trainer sein und das macht er ja nicht aus Spaß. Also der Bobic macht das ja nicht aus Spaß. Das macht er aus dem reinen Zweck, Ruhe reinzubringen, damit wir die letzten Spiele Nein, aber das bringt ja nichts, wenn du weißt, dass das nächste Woche, ich glaube, Bobic wurde da ein bisschen verarscht. Er wurde ja, mit Sicherheit. Er wurde mit Sicherheit ein bisschen verarscht. Wahrscheinlich, wie der Etienne es sagt, kann mir keiner erzählen, dass sie nicht auch, selbst wenn es nur im Scherz ist und sagst, oh, hast du schon unterschrieben bei München. Also die reden ja den ganzen Tag miteinander, du kannst mir ja nicht erzählen, dass sie das irgendwie wie so ein Elefant im Raum totsschweigen und die Luft dann... Dafür sind sie beide, dafür ist da der Kontakt auch viel zu eng gewesen. Die Werner darüber gesprochen haben, die wussten das alle seit mindestens sechs Wochen meiner Meinung nach. Komm, zieh das doch so. Genau. Der Kovac kann doch auf der Presskonferenz ehrlich sagen, Leute, das ist ein Angebot, das kriegt man nur einmal im Leben. Ich habe in den letzten Wochen immer wieder mit Bobic geredet, weil ich auch zu Eintracht fair sein wollte, dass sie Nachfolger finden können. Bla, 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 bla. Ist doch keiner sauer. Aber dieser Arschmove jetzt, so eine Unruhe hier reinzubringen, während er uns hier die ganzen Monate und die letzten zwei Jahre erzählen will, was für ein Ehrenmann er doch ist. Ja, Digga, dann mach es auch, wenn es darauf ankommt und blabber das nicht nur und jetzt ist hier die Kacke am Dampf, es ist Chaos und du spielst jetzt in Leverkusen und dieses Scheißspiel, ja, genau, dieses Scheißspiel, du kannst mir auch nicht erzählen, das werden die Spieler natürlich abstreiten, das ist bei uns kein, natürlich ist das Thema, aber die geht ja noch mehr. Du kriegst das nicht weg. Aber wisst ihr, was mich halt auch aufregt, was mich auch aufregt, ist die Tatsache, guck mal, wir reden hier, weißt du, über die Erfahrungsebene hier und da, aber guck dir mal, überleg dir mal, die Leute, die so viele tausend Scheißkilometer die ganze Zeit mit der Eintracht hin und her fahren, wie fühlen die sich denn, die jetzt morgen wieder nach Leverkusen fahren, die jedes fucking Auswärtsspiel mitnehmen, durch den ganzen Scheißglobus, wenn es möglich ist, hin und her fahren, durch ganz Deutschland hin und her fahren, die folgen der Eintracht die ganze Zeit, ja, und wie fühlen die sich denn, wenn die irgendwie, wenn da das Spiel, das Spiel gegen Leverkusen noch nicht mehr ernst genommen wird, das ist schon morgen, was soll, was ist, was ist das für die denn? Eben, und das ist genau das, ah, und jetzt beschweren sich alle Leute, dass die Eintracht-Fans sauer auf Kovac sind, bla bla bla, ganz ehrlich, die Leute wollen diese Emotionen haben und wollen diese Fans, aber wenn, wenn einer, wenn die dann farsch werden sollen, die es nicht beschweren, also die müssen sich auch entscheiden, ich finde es eine Frechheit, wie der Marvin sagt, das ist auch respektlos, den Fans gegenüber, genau diese Kommunikation, weil die setzen ja scheinbar voraus, dass wir wirklich alle dumm sind, oh, ja, das stimmt bestimmt so, wie ich es gesagt habe, viel Spaß in München, ich gehe dann wieder trotzdem zu Eintracht, kauf mir 80 Euro ein Trikot, denkt die denn, dass wir alle so beschränkt sind, oder was? Ja, Kunden halt. Erzähl doch einfach die scheiß Wahrheit, sag doch, wie es ist, dass sich das fällig macht und Bayern, und du überlegst hin und her und das ging jetzt schon seit Wochen und man war sich nicht sicher, weil es andere Kandidaten gab und so, es ist doch gar kein Problem, das nimmt doch, wie offen das wäre, der musste ja jetzt, aber, aber um nochmal ganz kurz zu sagen, der hat ja keinen Wechsel nach Wolfsburg bekannt gegeben, da wäre ich wirklich ausgerastet, wenn der nach Wolfsburg gegangen ist, so wie Fehl zu schütteln, weil er keinen Bock mehr hat, die Hände zu schütteln, aber ich will nochmal ganz kurz auf diese Bobic-Geschichte, weil für mich gibt es jetzt so, also zwei Szenarien oder zwei Fragen, die es zu beantworten gibt, und zwar erstens, entweder Bobic wusste es und er wusste es auch schon seit es, weil Kovac es offen mit ihm kommuniziert hat, vom ersten Tag an, als das ein Thema wurde, ich nehme an, spätestens nach der Tuchel-Absage, und sie haben sich darauf geeinigt, irgendwie, weiß ich nicht, auf schön zu machen, bis zum Ende und hoffentlich das dann mit einem Erfolg zu kaschieren und dann zu sagen, April, April, oder er wusste wirklich nichts und Kovac hat ihn angelogen und hat gesagt, nee, da ist nichts dran, von Bayern habe ich nichts gehört, da waren mal bloße Gespräche, aber da hat sich nichts ergeben, macht dir keine Sorgen, da wird zu 99 Prozent nichts mehr passieren, während er im Hintergrund aber schon weiter verhandelt hat. Also es gibt für mich zwei Szenarien, und das zweite Szenario, was ich gerade geschildert habe, wäre einfach knallhart, dass Kovac Bobic angelogen hat. Und das ist nicht der Fall. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das heißt, es bleibt eigentlich nur die anderen, dass Bobic es auch wusste. Es ist definitiv die Eins. Und dann ist es auf jeden Fall ein Fehler von Bobic gewesen, auch wenn ich ihn jetzt damit nicht rausschassen will, und ich bin immer noch eher positiv ihm gestimmt gegenüber, aber da muss man sagen, dann hat er es falsch gemacht. Letztendlich gut, er konnte nicht wissen, dass es liegt oder so, aber vielleicht war er da auch zu naiv, weil die Scheiße liegt halt doch eben. Man bei Bayern vielleicht aber trotzdem muss ich denken. Eben, und es war dann doch der Fehler, das so zu spielen und so an die Öffentlichkeit zu gehen, sondern dann hätte man einen anderen Weg wählen müssen. Das muss ich auch in Bobic, meiner Meinung nach, jetzt auf die Fahne schreiben. Alle, alle Beteiligten. Der Kommunikationsweg ist doch die Katastrophe. Die Eintracht hat das einfach nicht mehr selber in der Hand gehabt, und dann hat es sich verselbstständigt. Und in der heutigen Zeit bin ich der Meinung, das hätte man verhindern können. Dann hast du diese Unruhe nicht so krass und fertig. Punkt. Das denke ich auch, und im Grunde ist es halt einfach so, das war definitiv die erste Variante von dir, die du aufgezeigt hast. Die wussten das alle schon monatelang, und da gab es die Gespräche, und das ist alles kein Problem. Die Sache ist halt, die haben sich mit der letzten Woche, oder als sie die Aussagen getroffen haben, da haben sie sich ins Eins-Nest gestossen. Also da haben sie echt, oder haben sich selbst in die Hust geschossen, wie man auch sagen will. Weil das war das Problem, da bist du den Weg in die falsche Richtung eingeschlagen. Denn da hättest du offen kommunizieren können, und da wäre das alles überhaupt kein Drama gewesen. Aber dass du dann dich da hinstellst, und nach dem Motto, so als der erste Spalter wirklich aufkam, und dann hättest du einfach gesagt, es gibt die Gespräche, bla, 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 aber wir wollen uns jetzt auf die Saison konzentrieren, das ist kein Drama gewesen. Ich glaube, Bovic hatte im Kopf, unter Deckeln, überhaupt nicht mehr drüber sprechen, und am Ende der Saison, wenn wir in die Europa League einziehen, dann bei der glorreichenden Feier vor der Commerzbank Arena in der senkenden Hitze von 30 Grad, wo hier überschwänglich ist, weil wir es in die Europa League geschafft haben, dann kommt der Kovac raus und sagt, hier Leute, ich muss euch leider was sagen. Ja, aber da wird ja noch gefeiert, wenn das so passiert. Genau, ja, aber das Problem ist, das hatten die gehofft, das hatten die gehofft, die hatten gehofft, dass sie es unterdeckeln können, dass es nicht mehr aufkommt, weil sie so eigensinnig, ne, weil sie so naiv waren und gedacht haben, dass die Bayern als Kooperationspartner beziehungsweise als Vertragspartner fair sind. Das ist halt beim FC Bayern, der bei jeder Möglichkeit, und wie Sky anruft, wenn ihm die Berichterstattung nicht passt, ist es halt unmöglich. Das ist eigentlich, ehrlich gesagt, dass der FC Bayern München ein Profiverein, der es so weit oben geschafft hat, aber teilweise von absoluten Dilettanten geführt wird, die sehr große Eigeninteressen erfahren und denen das zu Passe kommt. Und dann weißt du halt auch, das muss für die Eintracht, ich weiß nicht, wie lange das überhaupt noch funktionieren kann, aber solange wir eine Businessbeziehung irgendwie geartet mit dem FC Bayern haben, muss uns das genau zeigen, dass wir so mit den Bayern auch nicht mehr agieren können. Du kannst dich nicht vertrauen. Du hast halt viele Selbstdarsteller. Du hast halt bei Braco, hast du es ja auch gemerkt, er brauchte diesen Move auch. Er hat das einfach für sich ausgenutzt, damit er dich jetzt mal hinstellen kann, das verkündigen kann, um sein eigenes Profil zu schärfen, weil er trotzdem wahrscheinlich auch mitkriegt, dass alle Leute denken, der ist da nur ein Hausmeister. Also, dann nutzt er sowas. Und Luther Matthäus ist genau das Gleiche. Das sind zwei mit irgendwelchen Komplexen, die müssen das irgendwie ausgleichen und die Eintracht leidet da drunter und das fackt mich richtig ab. Vielleicht ist es für sie selber nachvollziehbar, weil sie es brauchen, werden aber damit leben können, wenn ich da einen kleinen Hass verspüre, ehrlich gesagt, weil das hat schon vor zwei Wochen hier Unruhe reingebracht, dann angeblich war wieder Ruhe und jetzt ist die Bombe komplett geplatzt. Aber einen Punkt, den er doch da vom Etienne noch vorhin, den er auch genannt hatte, schon bezüglich der Spieler, die vielleicht an der Position Kovac auch so ein bisschen die Zukunft bei der Eintracht abhängig machen, um dort auch bei den Spielern nicht so eine Dynamik jetzt reinzubringen, dass die sagen, hier wartet erst mal ab, ihr könnt dann verhandeln, wenn das wirklich spruchreif ist, das ist im Sommer, dann gucken wir nochmal und nicht jetzt während der Saison, man weiß ja, wie es ist, wenn dann die Berater und dann muss da noch getroffen werden und dann wird doch abends noch und die Leute sind nervös, dass die Spieler bringen ihre Leistung nicht mehr. Vielleicht sollte auch das mit diesem, ich sag mal, zurückhaltende Information bewirkt werden, dass wirklich nur die interne Reihe, das wusste die Spieler, aber noch nicht informiert werden sollten, um einfach dort auch nicht die Unruhe reinzubringen mit Spielerwechsel, oh verdammt, ich muss mich neu orientieren und so weiter und so fort. Oder halt auch mit Neuverpflichtungen, ich meine, es wird sicherlich auch den einen oder anderen Spieler geben, der auf die Eintracht aufmerksam geworden ist, nicht nur wegen der Leistung, sondern auch wegen eben dem, was Kobach da gemacht hat. Und das musst du natürlich dann da auch irgendwie mit bedenken. Tja, es zählt halt, es gibt halt jetzt zwei Lesarten des Ganzen. Es gibt einmal die potenzielle Möglichkeit, dass das hier alles zusammenbricht, dass es ineinander fällt, weil viele Spieler wissen, sie arbeiten nicht mehr unter dem gleichen Trainer, der sie gut gefördert hat und das könnte ein Leistungsabfall bewirken. Das könnte auch viele Wechselgedanken eigentlich weiter forciert. Das ist durchaus möglich. Aber du kannst es, und das hatten wir in den letzten Jahren, habe ich schon mal gesagt, das kann auch der Gegenteil bewirken. Also wir müssen, wir dürfen die Hoffnung dahingehend vielleicht wirklich nicht aufgeben. Die werden die letzten sechs, sieben Spiele, je nachdem, zum letzten Mal in dieser Formation auch mit dem Trainer bestreiten. Und dann kannst du auch sagen, und du willst deinen Punkt in der Geschichte der Eintracht hinterlassen. Das ist ja noch alles möglich. Also ich meine, wir brauchen auch jetzt nicht so tun, als würden wir jetzt hier gleich absteigen. Die Mannschaft hat immer noch die Qualität und sie kann immer noch Geniales erreichen. Sie kann immer noch Unglaubliches erreichen. Aber das muss, und da ist Kovac ja jetzt gefragt. Genau so ist es. Das ist das Motto für die nächsten Wochen. Bei allem kurz schütteln, aber genau was du sagst, wenn darum muss es jetzt gehen, weil trotzdem ist Eintracht Frankfurt größer als Niko Kovac und wir werden in einem Jahr, werden wir auch verkraft haben, dass er nicht mehr hier ist. Vielleicht wird er in München nach zehn Spieltagen entlassen, dann lache ich mich tot. Aber das ist genau das. Das ist so. Man darf es nicht zulassen. Also ich finde an der ganzen Sache auch problematisch, dass zum Beispiel eine Rückkehr von Kovac, wenn er jetzt irgendwie gut gegangen wäre, hätte man sagen können, ja, ey, viel Glück bei Bayern. Irgendwann kommt man vielleicht wieder zusammen. Aber jetzt, diese Art von Abgang, muss ich sagen, macht es schwer, wenn es jetzt irgendwie mal für eine Rückholaktion vielleicht auch so. Also wir reden ja beim ersten Tag. Also man wird jetzt sehen, die Leute reagieren, aber wenn jetzt, wir spielen in zwei oder in zweieinhalb Wochen, glaube ich, spielen wir bei Bayern und wenn dann die Bayern-Fans Niko Kovac feiern auf den Rängen, wird eine schwierige Sache, während wir... Ich würde da tendenziell noch einen draufsetzen. Wir spielen in der Liga gegen die Bayern, damit kommen wir jetzt ja so ein bisschen, was passiert jetzt eigentlich. Wir könnten auch Potenzial im Pokalfinale gegen die Bayern spielen. Ja, das ist ganz klar. Aber lasst uns da doch echt mal die Saison abwarten. Weil hier diskutieren wir auch wirklich über, könnte, wenn und aber. Wenn wir die Saison in der Europa League beenden, würdet ihr denn wirklich darüber sprechen, ja, er hat verbrannte Erde hinterlassen, nein, er hat uns in der Europa League verfrachtet, alles ist gut, er ist jetzt woanders, er hat da Erfolg, alles gut. Wenn das halt jetzt die nächsten fünf Spiele durchgeht, nein, ich glaube schon, wir reden hier jetzt natürlich total emotional, direkt am Tag, in dem das passiert, also ich weiß nicht. Aber die Art und Weise wird sich trotzdem auch in einem Jahr nicht ändern. Glaubwürdigkeit ist trotzdem irgendwie. Glaubwürdigkeit, also ich finde, ich meine, ich war echt immer ein riesen Kovac-Fan, auch von ihm, und du hast es gesagt mal, wenn der ist jetzt auch, nicht durch die Aktionen wird er auch nicht das größte Arschloch der Welt, er hat jetzt einen Fehler gemacht, meine Güte, das werde ich ihm auch verzeihen. Die Sache ist nur die, als Person, die ich in ihm gesehen habe, das ist bei mir trotzdem jetzt weg. Also ich bin jetzt wirklich, ich glaube, das ist in einem Jahr auch nicht anders. Natürlich ist dann diese erste Emotion weg, man hat nicht diesen Hass, wünscht ihm wahrscheinlich bei in München auch alles Gute, weil er eigentlich ein sympathischer Typ ist, nur, glaube ich, was der Etienne sagt, ist trotzdem in Punkt. Ich glaube, dass das trotzdem, dieser Geschmack wird immer bleiben und wenn man wirklich über eine potenzielle Rückholaktion redet, kann das trotzdem, ich glaube schon, die Person Kovac hat trotzdem, glaube ich, Schaden genommen. Also, ob das jetzt seine Schuld baut oder nicht. Schaden kommt definitiv. Also, ja, weil sie sich selbst auch ein bisschen überhöht hat. Weil sie vielleicht sich auch ein bisschen selbst überhöht hat und weil wir natürlich da auch sehr viel rein projiziert haben. Gut, ich sehe es grundsätzlich anders, also ich meine, wir müssen ja noch nicht mit allem übereinstimmen, ich sehe es anders, also für mich wäre das tendenziell erstmal kein Problem, aber klar, wenn ihr das anders seht, vollkommen okay. Also für mich wäre das in Ordnung, ich habe schon viel größere Arschlöcher hier gesehen, den Fee wollte ich schon damals nicht zurückhaben und er hat uns fast in die zwei Liga gestritten. Ich wollte ja sagen, hatten wir jetzt noch nicht so ganz adressiert, ist das Thema Ausstiegsklausel. Es gab ja wohl eine Aus, oder es gibt eine Ausstiegsklausel, wir kriegen jetzt, was waren es, 2,2 Millionen. Gerade eben muss, Kann man da nicht 10 reinschreiben? Gerade eben wurde hier noch im Chat reingeschrieben, dass Olaf Thon, da hast du gleich einen neuen Lieblingsfreund, bei Eurosport vor dem Spiel Wolfsburg FCA wohl gesagt hat, dass Bobic sich nicht bekehren darf, wenn er einem Trainer, einem relativ unbekannten, Trainer eine Ausstiegsklausel zusagt, ist er selber schuld. Da haben wir gleich unser nächstes. Du bist der nächste Wichtige. Olaf Thon, Alter. Welche Aktien hat der denn gefressen in dem Thema? Die Knotze. Ich will auch was sagen. Nee, hau ab. Kommentier Wolfsburg gegen Augsburg, das passt zu dir, Alter. Hier. Blockbuster-Spiel. Also wir kriegen 2,2 Millionen, was jetzt auch uns irgendwie in dem ganzen Thema überhaupt nicht weiterhilft. Was ich interessant finde, was ich euch gerne mal fragen würde, was ich auch natürlich wahrscheinlich aber auch in der ersten Emotion hatte gestern Abend, als ich dann angefangen habe, noch weiter zu trinken vor Frust. Frust. Gestern wäre ich, glaube ich, noch der Meinung gewesen zu sagen, eigentlich muss man ihn jetzt sofort entlassen. Das haben auch viele angesprochen. Ich bin mittlerweile aber der Meinung, dass man das nicht machen sollte. Man sollte dieses Gebilde nicht noch zusätzlich auseinanderreißen. Die Frage ist ja dann auch was, wenn, also ich habe da auch heute lang drüber überlegt, aber was wäre denn die Alternative? Wer soll das denn übernehmen? Sein Bruder musste quasi auch mit ruhig stellen, dann, nee, das bringt nichts. Scheiße. Das bringt nichts. Ich glaube, da kommt das drauf. Ja, sorry. Nee, der hat ja ein Horror. Also, ich habe mir auch Gedanken drüber gemacht, war gestern genau wie Basti auch, erst mal emotional und so. Ja, der muss weg. Das hat jetzt keinen Sinn mehr. Ja, man muss aber natürlich sagen, letztendlich geht es darum, wie ist das Verhältnis zur Mannschaft? Und ich glaube, dass das intakt ist. Ich glaube, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der traurig ist, dass er nächste Saison nicht mit ist. Aber ich denke, genauso wie es Bobic sich gedacht hat und gewusst hat, dass auch im Kreise der Spieler klar ist, dass die, die reden ja auch miteinander. Das sind ja nicht Roboter, die nur aufs Feld gehen, ihre Übungen machen und nicht mehr miteinander quatschen, auch über die Themen, die passieren. Die hören auch den Podcast vielleicht oder lesen auch das Forum oder gehen auf Twitter oder so. Und das sind ganz normale Menschen, die sich auch mit den Themen beschäftigen für ihren Verein. Und die werden auch gesagt haben, Digga, wenn Bayern kommen, dann geht er zum Bayern, ist doch klar. So, der hat seine Familie da unten, der hat bei Bayern gespielt, der kann die Champions League gewinnen, der kann einer der großen Figuren im Trainergeschäft werden. Das wird er machen. So, das werden die Spieler sich auch gedacht haben. Insofern, glaube ich, ist das Band zwischen Trainer und Mannschaft intakt. Ich glaube, nach wie vor, gerade als Sportler kannst du es vielleicht sogar noch eher nachvollziehen, weil die sich vielleicht auch nicht so sehr emotional, die sind ja nicht so Fans wie wir oder so, die das so emotional sind, weil die selber vielleicht im Hintergrund schon ihren Abgang plant zum anderen Verein oder was auch immer, oder es schon gemacht haben. Insofern muss ich das auch relativieren und denke, wichtig ist jetzt, wie Basti auch gesagt hat, die Eintracht ist größer als diese Sachen. Und nach wie vor existieren diese unfassbaren Chancen in dieser Saison. Wir können Pokalsieger werden, wir können Champions League. Und ich meine, gebt euch mal nur mal folgenden Gedanken. Bei allem Abfuck, und ich bin mit Basti, glaube ich, mit einer, die ultra emotional sind in dem Thema, aber wir gewinnen den Pokal und wir kommen in die fucking Champions League. Also diese Saison jetzt sauber zu Ende zu bringen und vielleicht halt wirklich, wie du sagst, sowohl den Pokal als auch einen möglichen Champions League Platz zu holen. Das wäre für mich... Die krasseste Saison der Eintracht seit 100 Jahren. Es wäre auch für Kovac eine Variante, sein doch sehr angekratztes Image mit so einem kleinen bisschen Kitt zu versehen. Da könnte das, was der Marvin sagt, tatsächlich eintreten. Also da könnte, glaube ich, was der Marvin sagt, tatsächlich eintreten zu sagen, okay, dass er wirklich einen geilen Abschied kriegt, wo er auch mit Applaus verabschiedet wird und nicht... Alter, das ist doch scheißegal, was er dann gemacht hat, wenn er den DFB-Pokal... Also Leute, das ist doch wirklich scheißegal, wenn er in die Champions League kommt. Aber das stimmt schon, Marvin. Da muss dem Marvin jetzt nachträglich recht geben. Also ich glaube schon, dass es wahrscheinlich aber auch trotzdem, so komisch wie es sich das anhört, auf die nackten Ergebnisse ankommt, die er ja dann trotzdem nicht zu 100 Prozent beeinflussen kann. Er kann ja sich jetzt den Arsch aufreißen und schießt einfach den Ball an den Pfosten. Kann er ja nichts dafür. Trotzdem wird das leider, und in die Situation hat er sich jetzt gebracht, davon abhängen. Ich hätte mir von Kovac, weil wir haben es ja jetzt... Ich glaube, wir können uns auf die Wahrheit einigen, der wusste das auf gar keinen Fall nicht gestern erst am Telefon. Und was ich mir gewünscht hätte, dass er sich auch besser... Dass er sich seine persönliche Kommunikation besser vorbereitet, dass er eben genau das, was der Marvin vorhin gesagt hat, uns auch sagt. Zu sagen, ey Leute, das ist meine Chance über Bayern, aber das ist ab Sommer, das blenden wir jetzt aus, die Nummer ist durch und was Etienne gesagt hat, Leute, wir wollen in die fucking Champions League und so will ich mich hier verabschieden und wir müssen jetzt alle nochmal die letzten fünf Spiele durchknallen und Eintracht Frankfurt, bla 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 und sonst irgendwas. Das hätte ich mir erwartet. Und nicht dieses, ich habe nicht gelogen, ich habe doch gar nicht gelogen. Wenn du meinen Satz auseinanderbröselst, juristisch gesehen, habe ich gar nicht gelogen. Halt's Maul. Sag einfach, dass du dir jetzt hier den Arsch aufreißt und dass es hier um die Eintracht geht und dass es diese... Man muss sich immer wieder, und das muss sich auch selber jetzt bei allem Wut machen, die Eintracht ist fünf Spieltage vor fucking Schluss. Vierter. Und hat es in der eigenen Hand eigentlich, in die Champions League zu kommen und kann auch nochmal ins Pokalfinale und wir wissen alle, wie geil das letzte Jahr war und können das Ding dort vielleicht auch mal gewinnen dann. Und das ist trotzdem noch wichtiger als diese Personalie und weil alles, was dann im Sommer passiert mit Spielern, das werden wir dann eh sehen, das können wir dann eh nicht. Aber ich würde mir wünschen, auch von den Leuten, von den Verantwortlichen, ich hätte mir eine Kommunikation in die Richtung eher gewünscht und nicht dieses, ja, das wirkte so, als wenn du so einen Brand löschen musst, wo du weißt, okay, das müssen wir jetzt hier schnell machen, aber du hast das Gefühl, eigentlich will er nur schnell weg. Weißt du, wie das klang, als wenn die Hütte abgebrannt ist und du versuchst irgendwie noch ganz schnell die Streichhölzer hinter dem Rücken zu verstecken. Aber Leute, ganz kurz nochmal zu der Thematik, die höchste Wahrscheinlichkeit, dass wir heute in dieser Saison noch was Gutes erreichen, ist doch mit Kovac. Muss man doch wirklich sagen, jetzt ein Blindblings, wenn angeblich wirklich die Kommunikation so schlecht war und tatsächlich die Verantwortlichen noch nicht klar wussten, dass Kovac geht, haben wir eigentlich Stand heute keinen konkreten Trainer in der Hinterhand, denke ich mal. bei allem Respekt, das ist doch eine total beschissene Idee, das ist doch eine total blöde Idee, ganz ehrlich, ich weiß, wenn man emotional ist, denkt man an komische Schwachsinn Dinge, aber bei allem Respekt, es gibt überhaupt keinen Trainer, der momentan so schnell verfügbar wäre. Genau. Der komplette Trainerstab wäre weg, der ist nach der Saison übrigens auch weg, aber der wäre schlagartig weg. Wie soll ich denn sechs, sieben Leute, das sind ja nicht nur, früher hast du einen Trainer, Co-Trainer und Torwarttrainer gehabt, heute hast du acht Leute, zehn Leute, die da in dem Umfeld rumschwirren. Das kannst du doch nicht innerhalb von zwei Tagen ersetzen und die Kommunikation, das, was der Etienne gesagt hat, mit den Spielern, die ist intakt, das ist das Wichtige und da muss ich mir dann doch, da muss ich auch echt die Kirche im Dorf lassen und muss sagen, nein, so was mache ich nicht und der Kovac ist ja jetzt auch niemand, der jetzt jemanden erstochen hat. Ja, das ist jetzt scheiße gelaufen, aber jetzt müssen wir auch mal sagen, okay, es geht weiter und wir können auch was erreichen und das können wir nur mit Kovac erreichen, aber er ist gefordert. Er ist derjenige, der jetzt zeigen muss, das ist jetzt, das lasse ich jetzt weg, das ist erst ab der nächsten Saison, ab dem ersten Siebten, das ist nicht jetzt, das muss er zeigen und das muss er auf den Platz bekommen mit seinen Spielern. Daran wird er gemessen. Wenn es nicht funktioniert, wie die letzten fünf Spiele allesamt verlieren, dann können wir das Feld nochmal, dann können wir wirklich nochmal drüber reden, ob das irgendwie anders hätte gemacht werden sollen, beziehungsweise, ob er dann wirklich nie wieder hier in Frankfurt aufschlagen darf, trotz der Tatsache, dass er eine langjährige oder ewige Mitgliedschaft hat, aber wir müssen ihm die Chance geben und er muss zeigen, dass er dieser gute Trainer ist, den die Bayern wollen, denn du bist nur ein guter Trainer, wenn du diese Situation hinbekommst. Ja, das sehe ich auch so. Das muss einfach jetzt, ja, so schwer wie es ist, im Endeffekt muss man es probieren. Eigentlich ist es ja vielleicht sogar auch gut, dass es jetzt rausgekommen ist. Dann ist es jetzt fertig. Wir haben jetzt diese, ich würde mir nur von Eintracht, ich hätte mir das trotzdem ein bisschen besser gewünscht, haben wir jetzt auch schon oft gesagt. Ich hoffe nur, dass das keinen Einfluss hat, weil das wäre sehr, sehr schade, wenn wir eben diese Chance, die beste Saison seit einer Million Jahre zu spielen, wenn das auch durch solche Sachen mit runtergerissen wird, weil es ist ja nicht nur Kovac, das ist ja auch, Trogma Rebic hat sich verletzt, wir hatten ein bisschen Pech auch, Radetzky, die Nummer hat uns ja auch schon genervt. Also das ist ja nochmal eine krassere Nummer, weil die Position des Trainers noch wichtiger ist als sie vom Torwart, aber da hat die Eintracht es auch gut gemacht. Die haben irgendwann gesagt, hier, weißt du was, wenn du dich nicht entscheiden kannst, mach was du willst, kannst im Sommer nach Düsseldorf gehen, wir holen jetzt einen Neuen, lass uns in Ruhe. So, und wenn sie das jetzt beim Trainer genauso machen, vielleicht, die Eintracht muss vorbereitet sein, sorry. Also die Eintracht wird, weil wir haben es jetzt auch oft gesagt, das wird thematisiert worden sein und man muss, wenn es solche Gerüchte gibt, alleine aus Prävention schon mal sagen, okay, wer wäre denn eine potenzielle Kandidatenliste und der René hat ja auch vorher gemeint, dass wir vielleicht sogar mal hier auch eine aufstellen heute, weil das glaube ich auch, die Eintracht ist glaube ich mittlerweile, Gott sei Dank, so professionell zu sagen, okay, Bobic hat es ja auch glaube ich gesagt noch im Nachsatz irgendwann so, dass die Leute mit der Eintracht halt, keine Sorgen, das war der Satz, den er da hatte, ja. Genau, was ihm ja eigentlich auch wieder selber widerspricht so. Ich wusste von nichts, aber ich bin vorbereitet. Ja, das stimmt nicht, er hat nicht gesagt, er wusste nichts, er hat gesagt, es hat bislang offiziell keiner mit ihm gesprochen. Das ist ein Unterschied. Es kann ja sein, dass Niko Kovac vor sechs Wochen kam und gesagt hat, hier ist die Sache und er hat gesagt, dann lasse doch mal kommen und bis heute ist halt keiner gekommen. Ja, das machen die Bayern ja aber immer so. Die Bayern haben das doch mit Klose damals schon gemacht, treffen sich ja heimlich am Flughafen und mit Lewandowski war es das Gleiche. Lass uns doch mal die Liste durchgehen. Ein paar Namen sind ja schon irgendwie rumkursiert, die habe ich schon mal aufgeschrieben, die können wir jetzt ja mal so nacheinander durchgehen und dann können wir das ja noch ergänzen. Wie gesagt, die Idee ist, wir gucken mal, wie wahrscheinlich wäre, dass das ein Kandidat für uns ist und auf so einer Skala von eins bis zehn, wo würde der denn da für uns landen? Der erste Name, der da auftauchte, heute vermehrt, war Hannes Wolf. Ich glaube, der geht einfach zum BVB. Also ehrlich gesagt, sehe ich da keine großartige Chance. Wahrscheinlichkeit gering, würde ich eher so mittelmäßig finden. Ja. Also so fünf. Ja, fünf von zehn. Also ich war ganz begeistert, dass Transfermarkt, der tatsächlich meinen Wunschkandidaten auch auf die Liste geschrieben hat, Slavon Bilic ist da auch. Ja, den habe ich ja auch schon in der Liste stehen. Oha. Aber wäre das nicht so ein bisschen der Versuch, wir versuchen, einen identischen Zwilling zu finden und hoffen, dass es keiner merkt? Also, das hat so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich meine. Ich glaube, Slavon Bilic ist eigentlich der bessere Kovac. Da haben wir sogar, wenn Slavon Bilic wirklich kommt, haben wir sogar noch einen besseren Trainer als Kovac. Ich glaube, Slavon Bilic würde mit seiner Gitarre Kovac-Servergabe verprügeln. Wir haben ja immer gesagt, Kovac ist hier unser Trainer. Also ich glaube, das ist nochmal eine Stufe drüber. Aber wie ist denn da die Wahrscheinlichkeit? Da werden die vierten offiziellen viel Spaß haben. Ich feiere den sehr. Ich mag den sehr, sehr gerne, auch als Typ. Gespräche, glaube ich, sehr, sehr viele Sprachen, spielt in einer Band, ist auch ein sehr, ja, ich habe meine Doku über ihn gesehen. Ich mag ihn als Mensch, ich mochte ihn schon vorher, unabhängig davon, dass ich mich damit beschäftigen musste als Nachfolger. Ich finde ihn geil. Das wäre für mich die absolute Premiumlösung. Das habe ich ja auch schon vor drei Wochen geschrieben, als es die ersten Gerüchte gab. Das wäre für mich absoluter Wunschkandidat. Die Wahrscheinlichkeit ist aber leider, glaube ich, nur bei so 30, 40 Prozent. Warum? Ja, warum? Also ich finde, der hat momentan kein Traineramt. Er ist jetzt, glaube ich, seit, warte mal, waren das, ich glaube, Oktober, November ist er außer Vertrag. Er war zuletzt ja bei West Ham. Der hat so ein bisschen mäßig geklappt. Das Gute ist, also halten wir das Positive erstmal, vorher spricht Deutsch. Er war damals ja beim KSC auch damals als Spieler. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er gut Deutsch spricht, aber zumindest gebrochen. Das kann man letztlich aber revitalisieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist ein echt geiler Typ. Ich finde, das ist echt eine der 1A-Lösungen, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und er ersetzt natürlich auch gleich, nicht nur vom Trainer, von den Trainerfähigkeiten, sondern auch von seinem Typ her, Kovac gut und kann natürlich auch noch andere abfangen, weil Bilic, über den kann man wahrscheinlich viel erzählen, aber das ist nicht jemand, der irgendwie beim gleichen Sturm umfällt. Also es würde zumindest, glaube ich, für die Mentalität der Mannschaft auch passen. Also ich glaube, das ist auch einer der Mittel. Der könnte auch so einen Spieler wie Rebic trotzdem noch mitnehmen, weil Rebic ist ja ein gefährlicher Spieler, wenn jetzt ein neuer Trainer kommt. Der kann auch ganz schnell auf der Bank sitzen oder suspendiert werden. Also bei dem brauchst du ja ein Händchen und für den Prinz glaube ich auch. Und da kommen wir zu nächsten Kandidaten, wo ich ein bisschen Angst habe. Also was sagen wir? Wahrscheinlich von der Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, wäre aber schon so unser Wunschkandidat. Also würde ich auf jeden Fall mich nicht beschweren. Sieben von zehn? Sieben von zehn oder acht von zehn? Ach, da würde ich sogar sagen, acht von zehn. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, machen wir eine acht. Okay. Und vier von zehn Wahrscheinlichkeit leider. Ich glaube, der könnte zu teuer sein, weil der Bejiktas... Das wäre noch so der andere Faktor, was er finanziell so aufruft im Vergleich, wenn du überlegst, West Ham ist man da vielleicht irgendwie so... West Ham und Bejiktas ist glaube ich trotzdem nochmal eine andere Bude. Ja. Genau, dann... Gut, aber wenn er Bock hat... Jens Keller war der nächste Kandidat, das hast du gerade eben im Chat schon gesagt, zu stellen und vor Jens Keller diskutiert mit Boateng. Lass ich meine Dauerkarte ruhen, Alter. Hau ab. Also das Lustige ist ja, dass ich eigentlich sehr verwundert war, dass Jens Keller überhaupt gehen gelassen wurde von Union hin, denn ich fand, er hat da einen richtig guten Job gemacht, ja, und dann hat er gemerkt, dass es danach jetzt auch nicht so wirklich viel besser funktioniert hat. Ich weiß nicht, ich glaube, sportlich ist das schon gut, aber allein seine T-Shirt und Hemdenwahl irritiert mich zumeist, deswegen... Der Gesichtsausdruck passt überhaupt nicht zu Frankfurt. Also, ich weiß nicht, also von der Hemdenwahl würde ich ihm einen von zehn Punkten geben, ja. Modepodcast. Schwierig für mich. Also ich, also, wie haben wir die Kategorie genannt? Wie war die Kategorie, ob wir das wollen oder nicht? Wie heißt die? Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlich, ja. Oh, sehr, sehr geil. Ein Able für die Kategorie. Wahrscheinlichkeit. Nein, die Wahrscheinlichkeit ist ja was anderes. Nein, die Wahrscheinlichkeit war, ob er kommt oder nicht, die Bewertung. Das andere war die Bewertung, genau. Also Bewertung ist bei mir zwei von zehn und die Wahrscheinlichkeit drei von zehn. Also auch eher so... Etienne, was sagst du? Ich habe, sorry, ich habe gerade selber Trainerkandidaten gelesen. Bei wem wart ihr? Jens Keller. Jens Keller, ja. Schwierig, schwierig, schwierig. Also, ich kann durchaus, habe auch ein paar sympathische Gedanken bei Jens Keller. Allerdings ist er jetzt auch ein paar Mal gescheitert seit seiner Schalke-Zeit. Ja, ich sage mal 5,5 von 10. Okay. Was mit Stöger? Ich glaube schon, dass der was kann. Stöger auf gar keinen Fall. Ich finde, erstens, also ich, mein größtes Problem mit Stöger ist, dass ich finde, er passt überhaupt nicht nach Frankfurt. Ja. Also, ich finde, das ist ein Trainertyp, ich will ihm gar nicht absprechen, dass der wahrscheinlich überragende Fußballkompetenzen hat. Was der mit Köln letztendlich erreicht hat, ist überragendes, das kann man nicht in Frage stellen. Und ja, Dortmund, ich glaube, es ist ähnlich wie in Dortmund, und da passt er auch einfach nicht hin. Und es ist nicht, dass er nicht erfolgreich ist, sondern die Art seines Fußballs passt nicht nach Dortmund. Und ich weiß nicht, ich sehe den nicht mit dieser Multikulti-Truppe, ich sehe da nicht diesen Typ, Mensch, den wir brauchen, um einen Boateng, einen Rebic und wie sie alle heißen, als Truppe zusammenzuhalten. Das sehe ich in Stöger irgendwie nicht. Also auch eher so zwei bis drei von zehn, wenn wir jetzt mal so bewertungstechnisch. Ich will das Wagnis nicht eingehen, und mir ist es, ehrlich gesagt, trotzdem mit der Mannschaft, die es in Dortmund gibt, er macht zu wenig draus. Auch wenn es, also keine Ahnung, mir gefällt es, also ich finde es nicht, es reicht nicht aus, auch wenn es sich total vermessen anhört, weil er Trainer von Dortmund ist. Aber er steht ja auch völlig da in Kritik. Sonst würden wir ja gar nicht drüber sprechen. Das ist keine runde Sache. Ich glaube, er muss wieder woanders Erfolg finden, das wird er auch, aber bei der Eintracht, das wäre mir jetzt zu schwierig. Wie würden wir die Wahrscheinlichkeit einstufen? Also wie wahrscheinlich wäre es, dass er eventuell Trainer wird? Der Axel aus Köln schreibt mir gerade, dass Stöker aus dem Assi-Viertel in Wien kommen würde und sich mit Gewalt und Multikulti auskennen würde. Es würde ihm noch wieder zwei Punkte mehr geben. Ich halte es für nicht unwahrscheinlich. Leider auch nicht. Aber mir würde es nicht passen, weil ich mag den Art Fußball, die er mir bis jetzt gezeigt hat, kann sein, dass ich ihm da Unrecht tue, weil in Köln hat er auch natürlich jetzt Begrenzemittel gehabt, der musste da mit einem Matze Lehmann arbeiten. Allen Respekt, dass du mit Matze Lehmann in den Europapark. Grüße an Axel. Ja, und also ja, aber der Fußball gefällt mir nicht. Das zeigt er ja jetzt auch in Dortmund. Der ist sehr, sehr dröge. Der kann erfolgreich, weiß nicht. Unter Kovac war es am Anfang ähnlicher Fußball. Ich habe irgendwie das Gefühl, den Antrag braucht diesen weiteren Schritten. Da weiß ich nicht, ob er der richtige ist. Mir würde es, weiß ich nicht, pfuh, mir würde es, glaube ich, nicht so gut gefallen. Also drei von zehn. Haben wir. So, dann haben wir, habe ich heute des Öfteren den Namen Marco Rose gelesen? Naja, interessant. Erstmal gelacht, jetzt, na gut. Hörte man, ja. Wer ist das, der aus Salzburg oder was? Ja. Okay. Kann ich, kann ich, kann ich ehrlich gesagt wenigstens zu sagen. Mainzer, der in Salzburg arbeitet, weiß ich nicht, will ich nicht haben. Ja gut, natürlich, von der Vita kackt er da so ein bisschen ab. Ja, aber Kassad Kovac ist ja auch ein Bayern-Spieler, der bei Red Bull gearbeitet hat, war ja jetzt auch, also von daher, will ich nicht vorverurteilen, ist trotzdem nicht mein Top-Kandidat. Mainzer, die sind auch noch ein bisschen. Darf ich mal einen reinwerfen? Ja, Logo, hau rein. Ja. Gerne, Ist wahrscheinlich wirklich Quatsch, aber ich sage es einfach. Jetzt, nimm mir nicht meinen Paukenschlag fürs Ende weg. Ja, warte, bevor ich den Namen sage, sage ich, warum ich denke, dann weiß ich doch jetzt schon, was kommt. Und zwar glaube ich, dass es, oder was mir an Kovac gut gefallen ist, dass er selber ein Spieler war, der alle Erfolge gefeiert hat. Und ich finde, das ist was, was bei den Spielern auch gut ankommt, weil er weiß, worauf es ankommt, weil er weiß, wie er mit denen sprechen kann, weil er auch weiß, was auf dem Platz passiert. Ich will das nicht absprechen, dass es andere Trainer, die nie so erfolgreich waren, nicht wissen, siehe Klopp und 10.000 andere. Aber in unserem speziellen Fall war das was, was gut geholfen hat. Ein ganz anderer Typ, aber ein Spieler, als Spieler sehr erfolgreich war, Jürgen fucking Klinsmann. Ja. Okay, den hätte ich jetzt nicht, also den hätte ich jetzt nicht befürchtet. Wer war ganz klar, als er das, als er das gesagt hat, war der ganz klar. Ich habe Angst gehabt, dass er Effenberg sagt. Ja. Aber ganz ehrlich, über Klinsmann haben wir, glaube ich, vor vier, fünf Jahren schon mal in diesem Podcast gesprochen. Und ich finde, das finde ich nicht ungeil. Also ganz ehrlich, jeder hat immer drüber gelacht, was er mit den USA gemacht hat. Nachdem er gegangen ist, ist es in ein Jammertal ausgebrochen, da unten läuft überhaupt gar nichts mehr. Und das Ding ist, an Stiensmann, er ist ein, vom Typ her ist er auch so einer wie Kovac, der hat eine Vision, der hat einen gewissen Ehrgeiz. Ich glaube, dass der ganz klar ist in dem, was er will. So, das muss nicht immer dann richtig sein oder nicht immer passend zum Verein, wie bei Bayern oder so, aber der hat eine klare Vorstellung. Der hat klare, klare, ja, ich glaube, dass der in seiner Ansprache, und der ist so eine Form von Straightness, die ich gut finde, die ich mir auch gut vorstellen könnte. Plus, er ist eine Persönlichkeit, vor der du erstmal, erstmal auf jeden Fall Respekt hast. Weil es ist einfach Jürgen Klinsmann. Und da hast du als Spieler erstmal, da sagst du dir erstmal, okay, von dem höre ich mir mal an, was er zu sagen hat, der kann mich auch besser machen. Ich weiß gar nicht, ob das ein Kaliber ist, das wir haben könnten, ob wie realistisch sowas ist, aber es wäre etwas, wo, glaube ich, auch ganz schnell das Heulen um Kovac abeppen würde, weil das kein Nobody ist, sondern da ist dann auch ein bisschen Glamour, die Presse hat was, jeder hat was, der würde direkt so ein bisschen leuchten und strahlen. Und ich glaube, wenn du jetzt so jemanden nimmst, der total unbekannt ist oder jung ist oder so, der hat diese riesen Fußstapfen von Kovac und da muss es schon jemand sein, der das buckeln kann so. Wobei wir auch vorsichtig sein müssen, diese Marke Trainer, die einfach viel Presseaufkommen mit sich bringen, hatten wir mit da um, damals ja auch gemacht. Aber trotzdem, das bitte, nein, ganz ehrlich, Klinsmann kommt ja nicht allein. Ja, das ist richtig. Ich finde die Idee Klinsmann total geil. Und, weißt du, was du machen kannst? Du kannst hier den geilsten Zwölf hinlegen. Du holst den Klinsmann und holst den Co-Trainer der Bayern, der zuletzt bei Fortuna war, als da richtig gut lief und die mit nach oben getrieben hat. Und zwar holst du Peter Herrmann, der nächste Saison nämlich eigentlich keinen Job mehr hat, weil Kovac die ganzen Leute mitholt. Das heißt, ich hole mir Peter Herrmann als stillen Co-Trainer, 66 Jahre, hat genügend Erfahrung und habe jemanden für Außen, Klinsmann, bam, was ist los mit euch? Und dann sind wir wieder geil und dann läuft es hier. Super, machen wir doch. Warum? Das ist doch geil, super, habe ich total Bock. Also ich kaufe das. Ciao. Das heißt, der kriegt eine Zehn von uns. Ich tausche es um. Wer schickt es Fakt? Ich tausche es um. Ich finde Klinsmann, ich habe jetzt diese Bilder vom Sommermärchen leider noch im Kopf und diese Ansprachen finde ich nicht authentisch. Also ich würde jetzt, um das mal ein bisschen drastisch zu formulieren, ist gar nicht so böse gemeint, weil die Punkte, die ihr hattet, finde ich auch, er würde auf jeden Fall ein gesamtheitliches System mitbringen. Er ist, glaube ich, einer, der viel arbeitet auch. Er hat ein riesen Adressbuch. Er ist sehr, sehr erfahren. Finde ich alles ganz gut, was mir noch nicht passt. Ich kann mir nicht vorstellen, ich finde ihn, ja, das hört sich blöd an, aber für mich ist er zu sehr ein Lauch, also so zu sehr ein Trottel in der Ansprache. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft, die wir haben, den Ernst nehmen würde. Aber ich weiß genau, was du meinst. Wenn er sagt, komm Prinz, komm Prinz, wir hauen jetzt durch die Wand. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber, aber, das habe ich zum Beispiel bei Heiko Herrlich auch gedacht. Ist ja auch immer noch ein Lauch, hast du gesehen, was ich unterhalte. Aber guck mal, Mannschaft hat. Ich weiß nicht, Heiko Herrlich bewerte ich vielleicht erst in zwei Jahren. Ich weiß nicht, muss mal gucken. Also, ich finde schon, dass der auch eine geile Mannschaft hat. Ich weiß nicht, ob der so geil ist. Keine Ahnung. Nee, aber ich finde, ich verstehe euren Punkt, aber der Einzige, was ich so im Kopf habe, ist dieses, ja, ich weiß es nicht. Bei Klinsmann muss man mal gucken. Aber ich glaube, ich würde mich nicht beschweren, wenn das so kommen würde. Anders, als wenn Markus Weinzierl kommen würde um jetzt mal die nächsten Jahre. Oh. Ja, wir haben noch nicht gesagt, was wir bei Klinsmann jetzt von der Wahrscheinlichkeit sagen würden. Wahrscheinlichkeit ist leider sehr gering, glaube ich. Eher gering, ja. Nö, ich halte es, also ich halte es ehrlich gesagt für gar nicht so gering. Ich glaube, ganz ehrlich, ach scheiße, ich wollte doch nicht mehr Fußballromantiker sein. Ich wollte damit aufhören. Ich wollte eigentlich jetzt sagen, ach komm, scheiße, Fußball, jetzt reicht es mir. Und jetzt fange ich schon wieder an. Nein, ich glaube, das ist durchaus möglich. Und ich glaube, dass Bobic genau in solchen Kategorien auch mal anfängt zu denken. Weil, was ist wichtig in Frankfurt? In Frankfurt ist es unglaublich wichtig, wieder auch dann Hoffnung weiterzutragen, wieder das Feuer wieder innerhalb der Stadt, innerhalb der Fans eigentlich wieder zum Lodern zu bringen. Und ich glaube, dass er das machen könnte. Was weiß ich, also Hoffnung 10, realistisch 4, immerhin, immerhin realistische 4 Punkte. Das ist doch nicht so verkehrt. Okay. So, dann hattest du Basti wen jetzt? Also ich befürchte, dass es Marco Meister sogar ziemlich sicher hat. den hatte Dennis, glaube ich, inzwischen drin hier schon in der Liste reingeschrieben. Das fände ich nicht so toll. Ich mag den nicht. Leider, leider, bei Wahrscheinlichkeit tippe ich auch auf mittel bis hoch. Ich glaube, das ist die wahrscheinlichste Lösung sogar, glaube ich. Würde mir aber nicht so gut passen. Nein, finde ich auch nicht gut. Das Einzige, was passen würde, ist, dass er auch immer sehr, 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 die Mannschaften auch immer sehr, sehr hart hat spielen lassen. Also ich glaube, der Spielstil würde sich nicht großartig ändern, aber ich finde den, weiß ich nicht, also ich finde den unsympathisch. Das ist jetzt einfach gar kein harter Fakt, sondern nur von meinem Bauchgefühl her. Man müsste mal in Schalke nachfragen, also jemanden, der sich mit Schalke auskennt, was man zu dem sagen kann oder auch aus Augsburg vielleicht, Grüße. Aber ich befürchte, dass das die wahrscheinlichste Lösung ist, hätte aber, würde mich jetzt nicht unfassbar freuen. Aber es wäre erstaunlich uninspiriert. Ehrlich gesagt ist das dann total einer aus dem Bundesliga-Moloch und du dir einfach weiterträgst. Ich glaube nicht, dass Bobic genau solche Lösungen gibt. Nee, glaube ich auch nicht. Zumal das dann auch für mich wieder so ein bisschen in diese Kategorie, naja, so richtig vorbereitet waren wir halt jetzt dann doch nicht. Weil wenn du wirklich, wie sich es ja andeuten würde, da schon länger irgendwie dran rumdokterst oder auch vorbereitet bist, dann müsstest du eigentlich da ganz andere Kaliber aus dem Hut ziehen. Das klingt wie vorragend dran. Es hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie wir abschneiden. Also wenn wir zum Beispiel international spielen, dann willst du vielleicht auch einen Trainer, der das so steuern kann, der Erfahrung hat mit internationalen Wettbewerben und vielen Spielen. Also das ist auch nicht ganz unwichtig, denke ich. Was ist denn, wenn man uninspiriert und Kaderplanung für diese drei Szenarien, die wir jetzt eigentlich haben, also Europa League, Champions League und entsprechend nichts leider. Einer, der alles kann, ist Felix Mark. Ja, der war auch ein paar meiner Verlosungen. Was ist denn, wenn wir das Karussell, was der Marvin angesprochen hat, verlassen und mal bei den Young Boys Bern, Adi Hütter würde ich noch inspirieren. Ja, den hat der Superheld zwischendrin im Chat auch genannt. Ihr seid auf einer Wellenlänge, hervorragend. Ja, kann ich relativ wenig zu sagen. Ja, ich auch, natürlich. Aber was man so liest und hört, die haben, glaube ich, fast 13 Punkte Vorsprung in der Schweizer Liga. Das ist ja auch vorm FC Basis. Das ist trotzdem zumindest ein bisschen bemerkenswert. Vielleicht müsste man da sich mal näher informieren. Da müsste ich mir auch noch mehr Informationen, nur als Namen würde ich ihn mal in die Runde reinschmeißen, ohne dass ich jetzt unfassbar, natürlich sitze ich nicht zu Hause und schaue mir 90 Minuten Young Boys Bern an. So viel Zeit habe ich dann doch nicht. Und war ja auch mal in Salzburg aktiv. Finde ich aber grundsätzlich erstmal eine interessante Alternative, aber wenn ich mir das Profil, was der Tienzo gesagt hat, vor Augen halte, dann kommt für mich irgendwie Lucien Favre doch wieder in die Verlosung. Das wäre auch mein nächster gewesen. Also was sagen wir jetzt zu Adi Hütter? Ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich und wäre jetzt auch nicht so unser Lieblingskanal. Also ich fände es nicht schlecht. Ich fände es nicht schlecht. Ich würde es ein bisschen feiern. Fände ich besser als Weinzierl. Auch leider nichts zu sagen. Okay, dann machen wir den als wissen wir nicht. Aber der Marvin hat jetzt die Büchse geöffnet. Das ist für mich nach Bilic und meine zwei eigentlich fast sogar noch vor Bilic. Wenn er, ich glaube nämlich, dass Hübner und Bobic diesen schwierigen Charakter glaube ich in den Griff kriegen könnten. Und gut mit ihm, also ich glaube, mit dem musst du viel reden und wenn Hübner eins kann, dann ist es die Leute voll labern seit seiner Tätigkeit. Als Wasserfiltervertreter. Auf jeden Fall. Der quatscht sie alle an die Wand. Ja eben, der quatscht den und dann wenn der, also ich glaube, Favre wäre die 1A-Lösung, die ist aber leider sehr unwahrscheinlich. Ich befürchte, dass der nach Dortmund geht. Meinst du wirklich, dass es so unwahrscheinlich ist? Was ist denn? Also wenn wir in Champions League spielen, ist es überhaupt nicht unwahrscheinlich. Nee, dann überhaupt nicht. Aber was ist denn, also ich meine, es gibt bei Favre denke ich mir halt, das ist so ein Trainer, der sagt sich auch eher, was kann ich mit der Eintracht noch erreichen und kann ich das toppen, was mein Vorgänger toppen kann? Also weiß ich nicht. Das ist, der ist da glaube ich, der hat da nicht so, der ist da zu eitel glaube ich, weiß ich nicht. Was ist denn mit den anderen Trainern, die jetzt bei Dortmund auch gehandelt werden, sowas wie, oder nicht gehandelt werden, sondern gehandelt wurden, beziehungsweise Peter Bosch oder so. Also der jetzt da gerade war. Aber ich fand ja so generell, ich meine, da hat er ja am Anfang, fand ich, einen ganz guten Eindruck hinterlassen und dann hat er nichts mehr auf die Kette gekriegt, aber da spielen wir wahrscheinlich wieder 4-4. Aber dieser Offenbrieffußball, da bräuchten wir geniale Innenverteidiger, damit das funktioniert und das sehe ich bei der Eintracht auch im nächsten Jahr nicht. Selbst wenn wir Champions League spielen, wirst du auf dem Markt nicht so interagieren können, dass du zwei, drei wirklich Weltklasse Innenverteidiger holen kannst. Deshalb finde ich, das System von Bosch wird dann leider, finde ich, zur Mannschaft nicht passen. Ich finde aber, Favre könnte uns trotzdem, um den nochmal aufzureichen, Favre könnte uns zumindest spielrecht, glaube ich, auf eine andere Ebene nochmal heben. Er wäre auf jeden Fall sehr akribisch, was so die einzelnen Spielzüge und so weiter angeht und würde sich da sehr akribisch vorbereiten. vom Arbeitsethos würde das auch passen. Also ich habe das Gefühl, die Eintracht hat Bock, was zu erreichen und ich glaube, die Eintracht ist auch noch nicht am Ende. Die Eintracht macht das ja erst seit ein, zwei Jahren, dass die Eintracht plötzlich ein einigermaßen seriös geführter Verein ist. Das ist ja noch neu für uns. Du bist auf diese Pressekonferenz heute, aber damit kommen wir wieder auf den Anfang. Und ich glaube, er könnte eigentlich ein gutes Musiksteinchen sein, weil ich glaube auch, vielleicht ist er aber auch trotzdem einer, der dann wirklich auch die Aufgabe sieht, der dann nicht denkt, naja, dann gehe ich nach Dortmund und dann werde ich irgendwie Zweiter, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht sieht er auch die Eintracht als die viel spannendere Aufgabe, weil er dort viel mehr umdrehen kann und nach oben noch eigentlich noch mehr Luft ist, weil du ja bei der Eintracht trotzdem hast du nicht den krassesten Druck bei der Eintracht. Wenn du mit der Eintracht Zehnter wirst, würde dich keiner rausschmeißen. Und eigentlich ist es ja, also ich würde es hart feiern, wenn er kommen würde. Favre. Bobic und Hübner, das ist wie gesagt auf einer Stufe Billig bei mir. Und was war jetzt mit Bosch? Wie wahrscheinlich würden wir das einschätzen und wie wäre der so auf unserer Skala? Passt nicht zur Mannschaft, deshalb Bewertung eher nicht so gut, finde ich. Also so vielleicht drei von zehn und bei der Wahrscheinlichkeit kann ich nichts zu sagen. Wo ist er denn aktuell? Oder ist er gar nicht arbeitslos? Arbeitslos, ja. Ich bin ja froh, dass keiner von euch Alex Schur gesagt hat. Der wurde im Chat ein paar Mal genannt, den habe ich jetzt aber absichtlich nicht aufgenommen. Ja, aber das kannst du ja nicht bringen. Kannst du ja sagen, tschau, oder willst du ja Cheftrainer werden? Ja, genau. Zu schlecht für die U19, aber reicht für die Profis. Die Aufgabe ist auch zu groß. Das hätte man machen können, als wenn in den Zeiten, wo die Eintracht ein Abstiegskandidat ist und gerade die Relegation geschafft hat, dann kannst du so einen reinhauen, dann kann er nicht viel falsch machen. Geilsten könnten wir die Bayern ficken, wenn wir einfach Heinkes jetzt holen, ne? Bist du des Wahnsinns, du fließt ja gleich raus. Stell es dir mal vor, ey. Etchig oder Etchig. Ja, dann können wir uns, glaube ich, mehr selber ficken. Also ich weiß nicht, da gehe ich aber mit in den Nauerkarten gekündigt werden, glaube ich. Dann würde ich jetzt gerne hier mal einen anderen Namen reinwerfen, den wollte ich mir eigentlich für das Ende aufheben, aber ich befürchte, der wäre auch gar nicht so unwahrscheinlich. Hasenhüttl. Na, Quatsch. Quatsch. Der wäre da zu uns gekommen, Alter. Minus 10. Dass der zum Ende jetzt bei Leipzig rausfliegt. Ja, aber da geht der ja nicht zu Eintracht. Weiß ich nicht. Ich halte es nicht für so unwahrscheinlich. Alter, du bist so viel für 18, ey, ohne Mist. Nee, ich weiß gerade sagen. Da brauchst du dir keine Sorgen machen, da kann ich dich beruhigen. Weil sie am Ende nichts holen werden. Ja, aber meinst du, dass sie ihn kündigen würden, wenn er es sind? Okay, okay, gut. Das glaube ich auch. Da bin ich beim René. Ich kann mir vorstellen, dass Rangnick und Matisch jetzt wirklich so geisteskrank sind und sagen, hau ab. Wie hast du hier die Maßstaben im Ernststab bin ich erfüllt, die Maßgaben. Das kann ich mir vorstellen, aber ich glaube nicht, dass das erste Gedanke von ihm sein wird, ja cool, ich konnte dir das Geld verblasen, dann gehe ich schon mal zu Eintracht. Aber meinst du nicht, dass die Zielvorgabe ist, international zu spielen, Euroleague nächstes Jahr auf jeden Fall? Wir wissen alle nicht, Rangnick weiß glaube ich teilweise selber nicht, was er denkt. Dann wieder morgens aufwacht und ob er sauer ist oder nicht. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es ein Leipzig High and Fire ist. Zu sagen, hier, nö. Weil da gibt es schon Reibereien, glaube ich. Also es gab schon Reibereien zwischen den, auch in der Kommunikation. Der liegt da auf dem Pulver fast. Das ist vollkommen klar. Ich glaube aber nicht, dass die Eintracht ein Kandidat für ihn ist, glaube ich nicht. Ich weiß nicht. Würde er uns denn auch weiterhelfen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Nicht viel. Da habe ich mich nicht mit beschäftigt. Wenn du jetzt Schreckensszenarien an die Wand meinst, mein Schreckensszenario, wo ich meine Dorkart ein Jahr ruhen lassen würde wahrscheinlich, ist Dieter Hecking. Den haben wir noch gar nicht auf der Liste. Da stehen noch andere Namen, die uns eher wieder freuen würden. Okay, Dieter Hecking. Ja, wäre halt auch eher so Trainer alter Schule. Ach Leute, so eine Scheiße. Ich will keinen Bundesliga-Mist. Ich will nicht den... Entschuldigung. Ich habe keinen Bock auf einen typischen Bruchhagen-Transfer. Da kommt am besten noch irgendwie, was weiß ich, kommt wahrscheinlich, was weiß ich, alles Scheiße. Nein, darauf habe ich echt keine Lust drauf. Und das ist auch wieder so ein Trainer, wo du von vornherein weißt, der kommt jetzt für ein, zwei, drei Jahre. Genau. Klar, drei Jahre ist schon heutzutage lange, aber deshalb finde ich diese Klinsmann-Idee so charmant, weil ich glaube, wenn der kommt, dann kommt der, um langfristig irgendwas zu erreichen oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Der so ein Projekt annimmt. Also ich hätte gerne einen Trainer, der jetzt kommt, so wie ich es eigentlich von Kovac gedacht habe, der sagt, okay, hier ist eigentlich ein potenziell großer Verein, mit dem kann man was erreichen. Den will ich persönlich groß machen und mit ihm groß werden oder wachsen oder so und nicht einer, der jetzt hier kommt, ein, zwei Jahre macht und dann weiterzieht oder so. Ich will einer, der auch wieder mal zum Riederwald sozusagen geht und guckt, was da abgeht. Wisst ihr, so. Und genau der Punkt, mir ist noch einer eingefallen, der ist zwar gerade unter Vertrag, sagt aber selbst immer, er macht das nur interimsweise. Horst Rubisch? Okay, den haben wir auch noch nicht auf der Liste. Hat der nicht seine Trainer geblieben? Nee, der ist bei den Frauen, der wollte nur eigentlich nicht mehr beim DFB arbeiten. Das Einzige war, dass er nicht mehr beim DFB arbeiten wollte und ist jetzt dann halt bei den Frauen gelandet. Aber Horst Rubisch, also keine Ahnung, weißt du, das wäre einer, der wird wahrscheinlich nur auf dem Riederwald rumjuckeln und dem müsstest du dann sagen, nee, aber die Profis spielen woanders, weil er halt so viel mit den Junioren zu tun hatte. Aber ich weiß nicht, Horst Rubisch wäre, ich finde ihn irgendwie, ich finde es ein mega geiler Typ und ich mag ihn halt so als Trainer, er hat auch schon natürlich auf DFB-Ebene schon viele Erfolge gehabt. Ich weiß nicht, also für mich wäre das eine interessante, smarte Idee, aber keine Ahnung, ob man sich da... Ich glaube, das wäre halt für die jungen Spieler eine sehr interessante Idee, auch weil er da ja sehr, sehr engagiert ist. Ich denke aber so die, ich weiß nicht, ob er zur Mannschaftsstruktur, die wir da haben, so wirklich passt. Er hat halt auch seit, er hat halt auch locker seit, glaube ich, 20 Jahren keine Mannschaft mehr trainiert. Das ist halt auch eigentlich so ein paar Jahre. Also kein Verein, ne? Ja, kein Verein. Ist auch alterstechnisch vielleicht jetzt nicht unbedingt das, was man jetzt irgendwie haben will, wenn man jetzt irgendwie so Richtung Zukunft und so weiter das so ein bisschen auch ausrichten will. Gut, aber er hat eine fesche Friese auf jeden Fall. Ja gut, das hast du auch. Ja, das stimmt, wäre auch erst 33. Dann ist David Wagner jetzt mehrmals im Chat genannt worden, das ist ja, glaube ich, der von Hattersfield. Hattersheim. Von Hattersheim. Das ist ein guter Trainer hier aus Hattersheim. Ich bin's lieb. Wir haben die Trainerfrage geklärt. Irgendeiner von Hattersheim. Ja. Trainer Jürgen Klinsmann. Der Trainer aus Hattersheim kommt zu Eintracht. Hast du das gehört hier? Ach, Genass. Nein, aber das ist für mich die dritte, drittbeste Lösung. David Wagner ist aber, glaube ich, für uns auch nicht realistisch. Kommt halt aus Frankfurt. Das ist eine geile Alternative. Darf man nicht vernachlässigen. Also das ist schon, da könntest du auch jetzt. Ja, das wäre jemand, der auch den Prinz, glaube ich, mitnehmen könnte. Glaube ich auch. Ja. Kein Vertrag, oder der Vertrag läuft aus? Wir haben doch jetzt 2,2 Millionen, da können wir auch mal hier die Schatulle aufmachen. Ja, aber ich glaube, das ist unrealistisch. Also fürchte ich. David Wagner. David Wagner. Ich kenne den gar nicht. Bei Huddersfield, Huddersfield, ich spreche das schon wie Huddersheim. Huddersheim. Bei Huddersfield, die sind ja letztes Jahr aufgestiegen und sind also sensationell in dieser Aufstiegsrunde und jetzt halten sie sich in der Premier League auf Platz 16, einigermaßen stabil, sieht momentan so aus, als würden sie die Klasse halten und das hatte eigentlich vor der Saison eigentlich niemand gedacht. Deswegen David Wagner, der damals auch im Jugendbereich von Borussia Dortmund gearbeitet hat, auch nicht immer erfolgreich, muss man sagen. davor bei so sympathischen Klubs wie Hoffenheim gewesen, aber ursprünglich aus Frankfurt. In den U-Mannschaften, ja. Ein Spiel für Frankfurt ist eingewechselt worden für Jeboa damals, so sagt es die Wikipedia. Das reicht uns aus Huddersheim. Aus Huddersheim. Vielleicht am Ende kommt er noch aus Huddersheim. Das wäre geil. Ich gucke jetzt mal. Also in der Wikipedia steht nichts dazu. Das war ja schon Sendungstitel von Huddersfield nach Huddersheim. Ach ja. Na gut, okay, also, ja, aber sag mal. Eher, eher nicht so wahrscheinlich. Leider unwahrscheinlich, ich würde es aber hart feiern. Wäre gut, ja. Alter, kann ich einfach Pochettino anrufen. Wir müssen mit den ganz großen Jungs essen gehen. Ja, speaking von ganz großen Jungs, Mirko Slomka. Alter, ganz große Nase vielleicht, Alter, ja. René, Alter, Hasennütel Slomka, was willst du, willst du überhaupt gar nicht mehr schlafen? So ein bisschen vielleicht. Ja, aber der scheint ja tatsächlich letztens bei der Eintracht zu Gast gewesen zu sein in der Lunge. Ja. Ich hoffe, dass die Eintracht nicht so dumm ist und das so offensichtlich. Also Mirko Slomka wäre schon grenzerfahrungswertig. Wäre jetzt auch eher so alte Schule. Gleich kommt noch jemand mit Olaf Thun und hier Matthäus um die Ecke. Matthäus ist im Chat auch schon Ich habe auch jemand gehört, der Gisdol gesagt hat, was ist denn los mit euch? Also Slomka wahrscheinlich, Wahrscheinlichkeit jetzt eher so hoffentlich gering. Nee, sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Ich habe Angst, dass die Eintracht in Betracht zieht, Bernd Hollerbach zu holen. Da würde ich auch kotzen. Ach du Scheiße. Quatsch. Was? Warum? Das ist auch eine rarte Träne. Ja, aber der Reihe redet bei jeder Pressekonferenz genau das Gleiche. Also, das fällt dann irgendwann in Eintracht, dem Eintrachtumfeld fällt es schon irgendwann auf. Was ist denn mit Zorniger? Das wäre auch Angry Zorniger. Angry Zorniger wäre glaube ich, zumindest vom Spielsystem. Ich habe gelesen, beziehungsweise ich habe gehört, dass der rein statistisch, also wir hatten einen Gast bei Bundesliga, der Chef, das war der Chefredaktion, in der Chefredaktion, Christoph Bier, Biermann, der in der Chefredaktion von F. Freunde ist. Und der hat ein Buch geschrieben und da geht es um Statistik und Fußball und so weiter und der hat halt auch geschrieben, dass in der Saison, wo Dortmund unter Klopp diese katastrophale Hinrunde gespielt hat und auf dem letzten Platz war, dass sie statistisch gesehen eigentlich nur Pech hatten, dass die eigentlich alles richtig gemacht haben, aber einfach Pech hatten, so wie wenn du beim Pokern sozusagen alles richtig machst, aber dann einfach weggesackt wirst auf dem River. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und ähnlich war es wohl auch bei Zorniger, zumindest rein von der Statistik, bei Stuttgart, dass der eigentlich, und ich erinnere mich auch noch, dass es immer hieß, ja, eigentlich spielen die geilen Fußball, wir machen da keine Punkte. Und ich denke mir halt, ab und zu, wenn der den einen oder anderen hätten den Ball reingemacht oder so, wäre der voll der gefeierte Typ gewesen. Der hat ja auch irgendwie mit Abschlussnoten super bestanden und so. Weiß ich nicht, vielleicht ist das auch so einer, der nochmal eine Chance braucht und dann voll abgeht oder so. Keine Ahnung. Ich mag deine Idee sehr. Gar nicht schlecht, ja. Genau, das finde ich super. Weil erinnere dich an die Spiele, die Stuttgart gegen die Eintracht hatte. Also genau da, die haben richtig geilen Fußball gespielt. Das hat halt nicht so gut funktioniert am Ende, aber trotzdem haben die uns nicht Das Problem war bei ihm, glaube ich, auch nur, der so ein bisschen, wie du es gesagt hast, Marvin, angry. Also der wirkte sehr, sehr, sehr unausgeglichen. Das stimmt. Aber guck dir bitte mal an, guck dir mal bitte an, wer weiß, Bobic war jetzt bei Brentby. Vielleicht hat er nicht nur mit Renaud gesprochen, sondern mit dem Chefcoach und zwar Zorniger. Also, ja, ich meine, wenn er schon wusste, dann kann er auf jeden Fall mal, der kann ja schon mal ein bisschen fühlen, dann kann schon mal gucken, ob da vielleicht was geht. Ich will, also ganz ehrlich. Das wäre ein Twist, ey. Das wäre ein Twist. Ja, das wäre echt geil. Das würde ich auch feiern. Also es gibt schon ein paar geile Kandidaten, muss man ja auch sagen. Wir haben jetzt schon vier, fünf Kandidaten, wo wir uns alle mit anfreunden können, glaube ich. Was ich auch noch gelesen habe, ist, ich hoffe, das ist eine Satire. André Schubert war auf irgendeiner Liste. Habe ich irgendwo gelesen? Nee, hatte ich ja noch nicht gelesen. Das würde ich komplett gerne abschließen. Und irgendjemand hat, irgendjemand hat die Vermutung angestellt, dass der alte Kontakt zu Roger Schmidt wieder aufgenommen wird. Das will ich, glaube ich, auch nicht mehr so sympathisch finden wie früher. Nö, ach, nein. Ja, warum nicht? Ich habe noch zwei Namen hier in der Liste stehen. Auch ein Schmidt, allerdings ein Martin Schmidt. Oh Gott, Alter. René, du haust doch rein. Den hat Dennis da reingeschrieben. Ja, ja, ja. Da habe ich tatsächlich heute auch schon zumindest vorhin noch was gelesen gehabt. Aber ich hoffe auch, dass es nicht wirklich die Wahrscheinlichkeit hat. Einfach mal ein Name ausgesucht. Ja, das Jahr 2011 geblendet, oder was? Genau. Erwischt, Marvin, erwischt. Oder meinst du den Skispringer? Also, keine Ahnung. Ich habe mich schon gewundert, warum er Milka-Werbung macht. Und Pizzoli ist hier noch ein paar Mal rumgenamed worden. Ja, der hat erstmal den Jugendbereich, den kann er auch erstmal weiterführen. Ja, bitte. Ich glaube, ja. Er ist auch kein Mann für die vorderste Front, glaube ich. So rein kommunikativ, ja. Außerdem machst du dir auch mal wieder eine neue Planstelle auf. Ich finde das, was der Marvin gesagt hat mit Bröntby, das wäre schon eine Nummer. Ich glaube, dass für Zornige auch so ein bisschen, wie der mal Etienne es gesagt hat, der ist, glaube ich, noch nicht vollendet. Weißt du, also der war, der kam, von seiner Art her kam der wirklich nicht gut an. Der war auch sehr, sehr grantelig und mich hat er auch irgendwann genervt. Aber was Etienne gesagt hat, habe ich, ich habe das Buch hier auch vor mir liegen, habe ich schon ein bisschen reingelesen. Das ist ja, wie gesagt, du hast das Gefühl, wie der hat echt ein gutes System gehabt und er hat ja auch bis zum Schluss stur daran festgehalten, weil er wirklich gesagt hat, Leute, ich habe auch einfach Pech und das ist das, was sie gesagt haben. Es gibt halt auch Spielglück und dann gibt es diese Situation einfach wieder ein gutes Beispiel mit dem Poker. Das ist halt dann so, du kannst alles von der Wahrscheinlichkeit nicht richtig spielen und dann fickt dich halt irgendwann jemand, weil dann plötzlich noch eine 3 kommt und der ein 3-Drilling hat. Da denkst du dir, Alter, scheiße, egal. Aber ich glaube, Zorniger ist vielleicht auch für sich selber noch mit der Bundesliga noch nicht fertig, weil es nicht so gut geklappt hat, vielleicht, weil er Pech gehabt hat. Vielleicht wäre das wirklich eine Lösung zu sagen, okay, hier, du kannst das machen. Vielleicht ist er ja auch. Dann wieder mit Reutershahn. Vielleicht hat er auch gelernt. Also vielleicht hat er auch, vielleicht hat er ja auch, man muss ja nicht so kranzlich bleiben. Man kann ja auch, vielleicht ist er ja besser drauf jetzt nach der Zeit dort. Also ich mag die Idee, weil ganz ehrlich, das ist letztes Jahr Zweiter mit Brünnby geworden. Momentan sind sie auf Platz 1. Das sieht ziemlich gut aus, dass sie dann vielleicht auch dieses Jahr dann wirklich noch mal mehr erreichen. Also ja, also ich finde es gut. Also ich finde die Idee stark. Also wir haben jetzt schon ein paar. Wir haben Zorniger, David Wagner, Jürgen Klinsmann, Favre, Willitsch. Also da sind schon, das kann schon geil werden, aber natürlich kann es, boah, aus der Kategorie René kommen, da will ich kosten. Aus der Kategorie. Meinst du jetzt mich damit oder meine Vorschläge? Nur, dass wir das einmal kurz geklärt haben. Also die nicht, nicht du, aber deine, also die Namen, die du reingebracht hast, da gab es schon eine oder andere, die mich zusammen zucken lassen. Mir geht es da auch nicht besser. Ich habe da auch zusammengebracht. Die größte Katastrophe. Aus dem Chat übernommen und das andere sind einfach so schlimmste Befürchtungen. Ja gut, aber dann sind unsere Top-Kandidaten in der Tat Bielitsch, Klinsmann, Favre, Zorniger, Wagner. Okay. Das wäre ja durchaus was dabei, mit dem man arbeiten könnte. Also ich habe nochmal geguckt, also der Zorniger hat auf Stuttgart wirklich Co-Trainer Reuters Hahn, ne? ja, ähm, das, wenn, die Nummer ist schon durch wahrscheinlich hier. Wir haben es jetzt hier besprochen, wir haben es rausgefunden. Ja, krass, ehrlich gesagt. Was ist mit Hybala? Wo arbeitet der denn gerade? Ja, fände ich geil, aber wird halt nie passieren. Ähm, den kann ich aber mal anschreiben, da habe ich die, der war ja schon ein paar Mal bei uns in der Sendung und wir haben uns echt ein bisschen auch so angefreundet und, ähm, Ich versuche mal Insider-Informationen von ihm zu kriegen. Ich finde den super. Der Kollege von dem Roscoe, der, wo arbeitet er in England irgendwo als Berater? Der kann den gleich mitbringen, das ist auch ein schöner Assi. Der war zuletzt bei Entgede, ähm, Entgede, äh, ist da aber rausgeflogen und macht jetzt glaube ich auch viel Schulung und Lehrgänge und so ein Kram. Aber, ähm, ja, der hat halt auf Bundesliga-Liveau noch nicht wirklich was bewiesen und glaube, ist deshalb auch, Kim, Kim kommt das nicht in Frage. Aber ich halte viel von dem. Ich glaube, dass er ein guter Trainer ist, aber. Ein guter Typ, glaube ich. Also der könnte so einen Boateng auch mitnehmen. Der kann den Boateng mitnehmen, das glaube ich auch. Überall hin. In Zweifel soll er einfach mal ein Podcast kommen. Sau, okay. Das macht der bestimmt, den kann ich ihn gerne mal fragen, ob er Bock hat. Also der hat immer Bock. Ja, dann testen wir das nochmal aus. Das ist sehr gut. Ja, ich wollte nochmal ganz, auch wenn das jetzt so ein bisschen Stimmungskiller ist, aber ich will nochmal ganz kurz, äh, was sagen, was mich komplett genervt hat in der ganzen Kovac-Diskussion. Und zwar finde ich es einfach, ehrlich gesagt, auch erbärmlich jetzt gerade lustigerweise von den vielen Bayern, die sich irgendwie bemüßigt fühlen, äh, äh, gegen den, gegen Balkan, äh, Menschen aus dem Balkan zu hetzen. Also ich habe jetzt mehrere Tweets gelesen, erst Salihamidzic, jetzt Kovac, der FC Bayern goes Balkan und verzichtet auf große Namen. Oder hier erst Bratze, äh, Gott, Gott, Gott. Erst Bratze und jetzt Kovac, äh, da hat die Bayern ja wieder als oberste Regal gegriffen und so weiter und so fort. Also liebe Leute. Ja, kannst du halt auch vergessen, die Menschen. Also, und auch eine Mentalität, selbst wenn er jetzt weggeht von der Eintracht irgendwie auf Nationalitäten oder auf irgendwelche, wo er herkommt, irgendwie zu setzen, Leute, fickt euch. Sorry. Dumm, Alter. Na ja, Grüße. Keine Grüße. Wollte ich nur ganz kurz sagen, weil, also ich meine, und auch bei allem, ich natürlich, uns ärgert das alle, aber ich denke, wir haben jetzt einen guten Abschluss gefunden und ich glaube, wir sind uns sicher, dass auf jeden Fall Klinsmann jetzt nächste Saison Trainer wird und dann nicht die Sache. schon unterschrieben. Hat da vielleicht auch noch einer die Nummer, dann könnten wir da mal kurz anrufen. Ja, leider nicht, aber ich habe immer die Telefonnummern. Ich habe immer die Telefonnummern von allen. Ich kriege mich schon raus, ich rufe den Jürgen an. Jürgen. Das ist sehr gut. Wir verlassen uns auf dich. Das sind ja, sowohl Klinsmann als auch Bobic sind ja Schwaben, die können dann auch miteinander spräbeln. noch ein Deeds. Können die miteinander? Mögen die sich? Ich habe mindestens nichts Gegenteiliges bislang dazu. Kommt dann Hansi Flick noch hier, der Kleine. Die Schwaben-Connection. Plötzlich werden mal Spieler von der Eintracht für Nationalmannschaft nominiert, oder was? Es gibt nur noch Maultischle und Spätzle mittags. Großartig. Gut, können die mit leben. Es gibt ja auch Vegetarische. Naja. Ja, gut. Haben wir irgendwas jetzt in der ganzen Diskussion noch vergessen, über das wir sprechen sollten, meine Herren? Ich bin schon wieder viel zu gut gelaunt, macht mich ein bisschen müde mit euch. Ja, komisch. Ich habe gedacht, dass ich viel mehr justiziable Sachen sage. Gut, dass wir nicht gestern Abend aufgenommen haben. Ja, ich glaube, gestern Abend wäre das für alle oder auch heute Mittag direkt nach der PK, ich glaube, das wäre für alle eher schwierig gewesen. Naja, einfach jetzt die Spiele gewinnen. Man merkt, dass wir Eintracht-Fans sind. Man merkt, wir kennen uns mit Leid aus. Es wird schnell abgehakt, weiter geht's. Ganze ausfackelt, ganze ausfackelt ab, bleibst auf der Couch sitzen, ist erstmal was. Machen wir noch ein Bier auf. Wenn ein Bier ist, soll ruhig brennen, ist alles gut. Na ja. Dann würde ich sagen, haben wir das ganze Thema mit einer Sonderfolge sehr umfangreich bearbeitet. Es gab ja noch den vermehrten Wunsch nach Dummschwätzern. Ich glaube, da landen jetzt nur zwei bis drei Namen auf der Liste, das können wir uns jetzt sparen. Niko Kovac. Ja, der war jetzt sehr unerwartet. Von daher. Ich glaube, dass einer den David von 93 nominiert hat. Ja, da reden wir nächste Woche drüber. Da können wir auch über diese Davids-Thematik nochmal hören. Ich fand schon, dass er hart ausgetickt ist für seine Art. Aber gut, da reden wir vielleicht nächste Woche nochmal drüber. Jetzt geht's erstmal drum, morgen Leverkusen Punkte mitnehmen. Nächste Woche im Pokal. Wir gucken nochmal, wann wir dann da aufnehmen. Etienne, dir vielen Dank, dass du spontan dir Zeit genommen hast und Hausaufgabe ist klar. Telefonnummer Jürgen Klinsmann raussuchen. Mach ich klar. Hervorragend. Vielen Dank nochmal. Ich beuge mich mal hier vor, die faule Sau. Ich habe mich hier auf dem Sofa nach hinten gelegt. Vielen Dank nochmal, dass ich dabei sein durfte. Macht immer wieder Spaß, Leute. Auch zu solchen emotionalen Momenten. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Wir wünschen euch einen schönen Freitag, einen schönen Samstag, was auch immer und melden uns in gewohnter Art und Weise, wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Hey, 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 hey Hey, 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 hey Vielen Dank.